hallo und herzlich willkommen zu vitamin x heute hier an meiner seite der marokkaner meines vertrauens wahrscheinlich mit zwei dna-tests machen finden wir raus dass wir cousins sind hicham lehusi lehusi junge was willst du für ein araber bruder oder wo du auch hin herkommst der kann ich aus meinem namen aussprechen der mich eingeladen aber erkennt sich aus mit wie weiß man mit irgendwelchen inflationen und so ja lach dich krank ich habe gedacht ich habe gehofft wenn ich das rein haue dann wird das schon irgendwie hinhauen aber ich gecheckt habe dass du ja selber bei dir zieht ja dieses bei deutschen bruder bei mir kannst du das nicht machen aber ich sage immer la souci weil das hört sich französisch an da kann ich sagen ich bin so ein bisschen mischmasch weißt du ich meine mir genauso bei mir sommer tue ich sage auch immer das heißt sam a tut und dann klingt das auch so französisch samra tut das ist sogar französisch samra tut bruder aber es muss ich ganz kurz mal erklären wie das verstande gekommen ist ich bin wirklich gerade entgeistert wir waren gestern du warst ja gestern bei der show und dann erzählst du mir im backstage dass man über twitch theoretisch voll gut podcasts aufnehmen kann und ich habe dieses dieses zimmer was ich nie benutze und dann dachte ich jackpot dann lass uns doch das mal testen ob das funktioniert und das ist gerade dieser test das ist unglaublich krass ist du das ist gerade so wie der erste mann im mond so dein erster schritt ein kleiner schritt wenn es überhaupt stimmt mit der mondladung aber ein kleiner schritt für selim aber ein großer schritt für die podcast zukunft so das ist das erste mal dass ich die meinem in einem stream mein namen richtig ausgesprochen höre das ist schon mal oder ja ich würde ich bin nicht wie du ich habe ich habe mich vorbereitet gestern gekommen bist aber ich weiß nicht woran aber kannst du mir sagen ich glaube es gibt nichts krasseres als marokkaner untereinander irgendwie immer dieselbe meinung dieselbe art haben ist irgendwo schon mal bei türken ist ja du siehst türken die sind unterschiedlich manche türken untereinander alle marokkaner sind gleich alle das eine das so keine ahnung oder also eine hausnummer jeder gleich jeder du merkst einfach direkt nach dem erst nach den ersten zwei minuten dass es marokkaner ist so direkt nach den aber nicht nur das nach den ersten paar minuten sondern auch in der meinung sind wir gleich gestern hat mir richtig was mich geflasht hatte deswegen hatte ich war ja war ich so wild drauf dir da zu schreiben ich war ja wie so ein instagram stalker habt ihr eine bilder kommentiert du hast geschrieben der schreibt unter einem bild von mir schreibt der check deine inbox check pm stell mir bruder was wir saßen gestern zusammen wenn du willst dann schreibst du herrlich sagst ey gib mir ich ins nummer und da rufst du mich an so ich dachte was das für eine was das wieder so für so ein porno bot bruder und dann gucke ich so mit den langen haaren die waren früher auch mal hübscher diese bots was war das ich muss das testen ob das mit diesem twitch klappt ich habe das mal diese steinzeitversion die wir vorher besprochen haben so habe ich immer mit jane aria gemacht wir machen das immer nur wir nehmen auf und dann schicken wir uns das gegenseitig zu aber bei dir jetzt das erste mal dass man quasi stream und aufnahme zwei in eins macht du hast du hast sogar diese wie du gestern gesagt hast joe rogan mikrofone du musst aber näher ans mikrofon man hört dich nicht lachen nein das mache ich bewusst weil ich will nicht in das mikrofon so laut reinlachen also okay aber deine lache ist doch voll sympathisch bruder ich liebe deine lache nein bruder ich schwöre bei dir deine also ich sagte deine lache ist 90 prozent von deiner show ich schwöre ohne deine lache bruder wenn ein anderer das sagen würde das wäre nicht lustig aber bei dir weil du weil du es sagst ist es lustig weißt was ich meine aber warte mal hast du hast du überhaupt jemals für mich eine show außerhalb von videos gesehen ja sicher ich war doch bruder ich bin ich habe rebel comedy support da haben die noch bei zelt lagern sind ja aufgetreten wo da weißt du dass das stimmt die beste story ich weiß genau wie das war khalid hatte so ein wdr video du weißt du noch damals als facebook noch amageddon war also facebook war ja da wo die währung noch real war wo jeder deiner follower deine beiträge gesehen hat du bist ja in dieser zeit groß geworden du warst ja der big george washington von social media du minus mensch diese ganzen avengers wo wir wussten wenn die dich posten oder liken dann hast du danach ein date bei bill gates das witzige minus mensch ist mein nachbar ja die selim heißt er nein bruder wala nein diese selim ist fake minus mensch das ist der der minus bruder jetzt eine kurze ein kurzes bruder kurzes faktencheck so es gab damals eine erste minus mensch seite okay dieser typ heißt bakian der hat minus mensch gegründet aufgemacht und der kommt auch aus felbert wie ich so als er damals seine minus mensch seite wurde gesperrt der wurde zu oft gemeldet dann wurde sie gesperrt und der selim war ein admin auf seiner seite er hat dann ein fake account gemacht und hat sich bakihan genannt und hat mit dem fake account alle rapper angeschrieben weil er hatte kontakt mit den ganzen rappern hat casey rebel angeschrieben lg und sonstwas und hat gesagt ey bro ich habe eine neue minus mensch seite mein alter wurde gesperrt könnt ihr pushen und da haben die alles gepusht und dann hat der mein kollegen einfach auseinander genommen und hat den namen genommen alles genau mein kollege hatte nichts mehr ja mein kollege rest in peace bakihan 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 heißt er bakihan woher kommt der denn das türke bruder bakihan und genau die türken alle haben hand am ende nein ich dachte eher das ist die japaner oder nein bakihan orhan das ist die originale du warst damals mit mit simon die simon die sü und so diese ganzen und dann weiß ich noch ganz damals als wir diese war ich in dieser ratten ich bin immer noch rattenphase aber damals wusste ich wir haben ja diese ganzen zyklen des social medias mitbekommen damals war ihr die bosse ich glaube du warst vielleicht sogar der größte damals ich war der also hamdulillah ja ich war so der kanake da weißt du so hier und dann auf einmal wussten wir dass wenn du etwas postest dann 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 der der hadith hat das am eigenen leib gespürt als wir damals bei wdr das erste mal dachten wir schon okay jetzt sind wir jetzt sind wir fame bei wdr hat den scheißdreck gebracht und dann auf einmal hast du aus den katakomben von dieser wdr mediathek diesen super toy club den gepostet und auf einmal highlight am nächsten tag wir waren vorher alle sushi rauchen haben so bocadillo selber gegessen und am nächsten tag nachdem du ihn gepostet hast kommt er mit so goldenem mantel hat so rolex ich schwöre bakihan hat seine schuhe geputzt und auf einmal war der weg du bist auch dreckig bruder du bist auch dreckig aber jetzt kommt noch die traurigsten story guck und dann jetzt nie wieder vergessen und dann haben wir so gesehen aber was möglich ist ja und dann auf einmal ich weiß ich wie ich weiß auch genau wie das entstanden ist dann habe ich diesen rtl scheißpreis da gewonnen und wusste das bringt gar nichts wenn hicham lehsousi das nicht die erbarmen gibt von unten dich aus dem ghetto holt indem er einen post macht bedeutet das gar nichts fernsehen lehsousi muss dich bestätigen sonst bleibst du einen vor niemand bist du so lange nicht bis lehsousi dich feiert du warst wie caesar damals so und dann habe ich alles versuchte wie komme ich an diesen lehsousi habe dasselbe gemacht was ich heute gemacht habe ich habe alle deine beiträge kommentiert bitte guck deine inbox an bitte und da habe ich dir diesen rtl link geschickt und dann auf einmal werde ich nie wieder vergessen kevin hart war in berlin da war so eine afterparty und wen sehe ich da meinen helden wie kamst du da rein bruder du warst einfach da so ja ist noch so laufendes verfahren bisschen du warst einfach da ich habe nur bruder ich habe mir gedacht wer ist dieser marokkaner oder was der auch immer ist bruder in der pakistaner ich wusste nicht was du bist aber ich wusste dass du da bist und ich dachte mir so alle die hier sind ist eigentlich influenza oder haben irgendwas zu melden oder irgendwas und der team ist einfach da ich hab mir so hey ich wollte auch dieses khalid level kommen irgendwie aber hast du am ende bruder alhamdulillah es geschafft nein ich habe gar nichts geschafft ich habe mich so durchgeslingelt durch dieses ding und ich so ich so lehsousi lehsousi und du so putfualik hast du so eine bockpfeife gegeben und dann hab ich so lehsousi kannst du mein video posten und du so ja ich guck's mir an und dann hab ich nicht gepostet wahrscheinlich guck mal ich habe sogar noch bis zum heutigen da nein du hast mich nicht gepostet sonst welcher sonst welcher ist aber bruder aber die sache ist ne was viele bruder du musst überlegen damals ne das war oder jeder zweite kam ey kannst du mal posten kannst du mal und man weiß deswegen aber das wusste ich ja nicht guck mal ich habe immer noch wie du deinen namen da war es mit drei s hast du doch dort mit drei s dein originaler facebook name habe ich nicht gespeichert dein originaler facebook name und deine nummer die mit 6677 endet ja die alte die alte die habe ich noch heute sogar noch angerufen hast du die anrufe wer ist angegangen da war so eine jetzt war das so eine pakistanische hotline verkauft ja aber bruder die sache ist ja es war eine schöne zeit aber wie schöne zeit erzähl mal von null wer falls du das jemals irgendwo öffentlich erzählt habe ich schon ein bisschen so ich sagte so irgendwann 2016 habe ich damit aufgehört also so richtig ich hatte meine letzte tour gab mit so ein paar youtuber haben wir so eine youtube tour und dann habe ich mir irgendwann ich habe mich mit social media nicht mehr identifiziert so ich konnte ich kam einfach nicht klar ich war nie so nicht wie du aufgehört hast wie hast du damit angefangen okay wie habe ich damit angefangen okay wie habe ich damit angefangen ich habe damals 2009 habe ich mit freunden youtube gemacht so wie waren vier freunde also ich und drei andere und wir haben dann so einfach so sketches gemacht also wir haben einfach wir haben noch gar kein geld damit verdient wir haben einfach so ein paar sketches gemacht sind auf der straße gegangen haben so mut proben gemacht so ich habe mich als frau mit kopftuch angezogen und war dann in düsseldorf an der reintreppe habe dann einfach so moves gemacht habe so ein bisschen robo dance gemacht und so also ganz cringe sachen oder so als 19 jähriger 20 jähriger so ne und ja irgendwann wie gesagt haben wir angefangen so abonnenten zu machen hatten wir 15.000 abonnenten dann habe ich mich mit diesen freunden festgetreten und einer hat dann das passwort geändert und dann habe ich so meinen eigenen kanal aufgemacht eigentlich wollte ich nicht hatte keinen bock aber ich hatte gesagt nee aus prinzip muss ich jetzt diese 15.000 abonnenten knacken nur um die auch auseinander zu nehmen so weißt du so werkmäßig genau genau aber ich habe dann gemerkt von mal das läuft und nach nach zwei drei monaten hatte ich schon die 15.000 abonnenten was wir damals zwei jahre gebraucht habe gebraucht haben habe ich nach zwei drei monaten geschafft und habe ich mir gedacht so krass okay youtube heftig und dann habe ich da angefangen videos zu machen und ich habe dann irgendwann gemerkt dass facebook so eine funktion rausgebracht hat dass du videos machen kannst so facebook hat eine funktion rausgehauen dass du videos machen kannst auf deinem profil also nicht auf deiner webseite also nicht auf facebook seite sondern auf deinem profil kannst du videos hochladen nicht nur postings sondern auch wirklich ein video machen und ich habe dann einfach so just for fun immer so videos keine ahnung für schwachsinn einfach videos hochgeladen ich habe mir gar nichts dabei gedacht und facebook hat irgendwie reichweite gedroppt wie sein bruder hey wallah bruder ich kam mir vor wie so ein wie so ein kleines kind aus marokko bruder das sich ein fahrrad gewünscht hat so und bekommst ganze zeit von irgendeinem fahrräder geschenkt bruder ich habe mich richtig gefreut so nein ich habe gedacht geil bruder und bruder dann habe ich gedacht okay geil dann hatte ich irgendwann sind 4000 freunde konntest du früher haben hatte ich voll so dann konntest du keine freunde mehr weil die haben ja eine freundschaftsanfrage geschickt damit seine videos sehen so ja also falls du jetzt gerade reagierst und so man hört dich nicht ne also falls du sagst ah oh also man hört dich gerade nicht auf jeden fall dann habe ich mein profil öffentlich gemacht dann konnte jeder meine beiträge sehen und liken und kommentieren auch die die nicht freunde sind und dann hat facebook ein ein tool aufgemacht dass man deinen account abonnieren kann so also dass du deinen privat account 4000 freunde limit aber dann kannst du abonnenten haben und dann hatte ich irgendwann dort 100.000 abonnenten das heißt alle anfragen die ich bekommen habe ich hatte 4000 freunde aber ich glaube fast 98.000 anfragen oder 96.000 anfragen die mich als freunde haben wollten bruder auf facebook als freunde haben wollten dann hatte ich hunderttausend anfragen und ich habe mir gedacht was das ist mein das ist mein privatprofil mein 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 name und ich habe mir gedacht so okay krass was ist das denn wie wie ab wie geht das ab so das ist voll krank und habe ich mir gedacht ey weißt du was ich mache meine seite auf so eine facebook seite und ziehe die einfach alle rüber und dann habe ich das gemacht und dann sind die alle rüber gekommen also viele nicht alle aber viele rüberkommen dann habe ich meine videos immer parallel geteilt auf meinem profil und meiner seite und irgendwann ging ein video einfach viral des todes es war ein video das richtig wie gar viral ging das hatte glaube ich 800.000 likes und weiß facebook likes sind 800.000 likes und 70 millionen views also 70 millionen views so und ich habe mir gedacht wow und das war ein video wo ich so gucke wie so zwei zwei kids so miteinander tanzen die sind so 67 keine ahnung oder zehn und so richtig auf eng so und dann wäre ich mein handy genau wo ich mein handy da wegwerfe genau und das war überall das war dann auf nein gag das war auf diese ganzen alten seiten früher so ne auf amerikanischen seiten ich glaube auf reddit war das auch so überall und dann hatte ich wirklich mein mein das war so mein fame durchbruch so das war das wo ich dann gesehen habe okay es ist krass und dann habe ich dann die ganzen kontakte mit simon desu außenseiter die ganzen youtuber von früher die haben alle gesagt hey krass so die haben das gesehen dann habe ich mit denen und dann und dann ging ein nach dem anderen youtube lief von alleine wegen facebook die leute ging rüber und dann habe ich auch jeden zweiten schwanz eigentlich am ende des tages gepusht so weil ich habe immer so ein herz gehabt so ich egal wo ich sehe ich finde eine person sympathisch ich helfe ihr so ne also ich war nie gierig bin ich auch nie gewesen aber irgendwann haben dann so viele menschen mich auch ausgenutzt ich war dumm naiv und dann habe ich dann irgendwann einfach aufgegeben ich glaube du kamst dann genau zu der zeit und hast die arschkarte bekommen und hast du genau du kamst an der zeit wo kein wo ich hass hat auf jeden marokkaner jeden jeden der nur ein bisschen dunkel aussieht der nur ein bisschen ähnelt weißt du so ja und dann bruder was solche sagen dann habe ich da habe ich mich zurückgezogen und habe dann einfach aufgehört damit weil ich ja kein bock mehr hatte wann wurde es so ekelhaft für dich wann hast du gespürt diese ekelhaftigkeit beginnt womit hast du das gemerkt war ich der grund nein es war der grund ich habe gemerkt als also eigentlich nicht wo ich aktiv war sondern eigentlich eher so wo ich angefangen habe so aufzuhören weniger zu machen und wie wenig leute sich dann noch gemeldet haben und da habe ich gemerkt okay ist krass wie ekelhaft das alles ist so worum geht es den leuten ging es in mir als person oder worum ging es denn und hast halt gemerkt okay da war erst mal klack ein business so da habe ich erst mal gecheckt das ist business so nicht jeder ist ein freund so weißt du nicht jeder mag dich nicht jeder will mit der abhängen weil du die person bist du bist sondern weil du das hast was du besitzt so und ja und das war für mich eigentlich sehr traurig weil ich bin so ein mensch ja ich setze viel auf zwischenmenschliches und wenn ich jemanden mag so dann mag ich die person oder möchte ich gerne auch mit der person natürlich jeden tag abhängen aber ich möchte so mit der person befreundet sein so ne ich bin eigentlich immer so auf der suche nach freunden da war ich der letzte bastel ich komme jetzt gerade vor rückwirkend wieso der letzte typ der so ein etadi t-shirt gekauft hat keiner will die mehr anziehen und du kriegst jetzt genau so egal was für ein marokkaner man ist also das finde ich krass bei anderen du merkst dieser ff diese fame verändert den charakter ja aber marokkaner sind irgendwie so resistent gegen irgendwie das deren charakter sich ändert oder sagt das nicht oder sagt das nicht so laut ich sagte ganz ehrlich nein 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 menschen um einen herum also jetzt nicht dass die also dass sie eklart werden aber wenn die eklart werden dann richtig also wenn die eklart werden dann richtig also dann sind die so todes arrogant todes zum beispiel jetzt halim seitdem der hat als ich den kennengelernt habe hatte nie bock auf marokkaner er hat mir gesagt bruder die sind alle hinterhältig also er hatte kein bock auf marokkaner der hatte gesagt bruder gar kein bock auf dieses dieses ey du bist mein landsmann ich will ich mit dir abhängen bruder ich habe genug der meinte ey manche rapper also ich will jetzt keinen namen nennen so name drop so meinte die haben mich angerufen weil ich ein video über shirin david gemacht habe und die sind auch marokkaner und habe mich bedroht meinte so warum soll ich mit diesem warum soll ich sympathie für für marokkaner haben so weißt du zwei marokkaner ihn bedroht haben ja ja und da hat er gesagt so was soll das so was was ist das für eine scheiße ganz ehrlich man soll über elend nicht lachen und so ne aber ich habe ja mit halim auch ein podcast aufgenommen ich kann mich nicht erinnern wann ich jemals über elend so viel gelacht habe also ich weiß ja nicht du kannst hier ungefähr vergleichen also diese dieser vergleich ist ja so also als du bei der youtube höchstzeit war war das ja noch so da wurde ja alles monetarisiert da gab es ja keine demonetarisierung oder so egal was du hochgeladen hast cash genau genau und dann ist es ja immer so wie war das noch mal 1000 klicks ist ungefähr so zehn euro oder sowas nicht zehn euro aber so kommt drauf an jeder hat andere cpm gehabt aber so wenn du kinderfreundlich warst dann hast du schon so mit zehn euro gerechnet wenn das nicht so kinderfreundlich war dann war es ein bisschen weniger bei gaming war es eigentlich immer hoch so perfekt das heißt das heißt dadurch bei dir war ja alles mehr kinderfreundlich mit eine million ungefähr 10.000 15.000 je nachdem wie es lief und und der halim ich habe der ist ja der sammelt ja dieses gelb bei ihm war das ja noch gar kein grün ist ja alles standard demonetarisiert und dann auf einmal zeigt er mir so der hat so wie du sie haben zwei millionen und dann bekommt er auf diese zwei millionen aufrufe bekommt es so 13 euro 44 das war damals nicht so aber weißt du warum das so passiert ist weil diese werbeleute sich irgendwann beschwert haben also diese ganzen leute die werbung schalten auf youtube sagen wir jetzt als company coca cola sagt dann zu youtube hier im budget für keine ahnung 10 oder 100 millionen wir schalten jetzt werbung bei euch und sucht ihr die besten videos aus wo unsere werbung passen könnte und dann schaltet es rein nach irgendwelche cookies und was weiß ich was nach einem algorithmus so und youtube hat dann zum beispiel coca cola werbung geschaltet vor irgendwelchen videos vom is zum beispiel so die dann hochgeladen wurden auf youtube so und dann haben die gesagt warum steht warum ist unsere werbung bei irgendwelchen terror videos so weiß ich meine so das ist doch nicht das was wofür wir bezahlen und dann hat youtube angefangen zu filtern nicht in den terroristen keine cola oder was soll das aber die wollten halt weil die marke dann scheiße repräsentiert wurde und haben die gesagt ey weißt du was wir bezahlen nicht mehr weil wenn die einfach irgendeinen scheiß die aber übrigens ihres hat immer pepsi getrunken die ersten die haben pepsi getrunken ist ehrlich sind das nicht mehr aussprechen die sagen doch bibsie bibsie ja aber bibsie war bibsie ist so ist ist nicht vom zionisten anscheinend und deswegen kannst du die trinken aber ey die waffen waren natürlich von den anderen nur die cola nicht davon nur die cola darf man nicht trinken cola böse aber waffen die nehmen wir die die waffen die nehmen wir von denen was so oder was soll ich dir sagen was soll ich dir sagen das ist so eine geile zeit aber das ist mir gestern aufgefallen als wir mit unserem freshen kollegen henni gesprochen haben ich weiß nicht woran das liegt aber marokkaner sind von natur aus eher so skeptischer ja weißt du was ich meine also was auch immer man ein erzählt ist es immer so was will der von mir will der mir was verkauft ja so und das ist mir gestern aufgefallen das ist wirklich also ich weiß ich bin halt nicht repräsentativ aber ich gucke halt stories von mir gucken 40.000 umfrage wer hier drinnen glaubt wirklich nicht ich meine nur diese diese marktforschung kurz blöffen also nicht blöffen so flexen so viel tausend ist wirklich nur flex ich sag nur warum es worauf ich hinaus will ja diese marktforschungsinstitute die machen mit 1000 leuten rechnen die hoch auf repräsentativ auf ganz deutschland ja 1000 ja schwachsinn die nehmen einfach tausend leute von einer gruppe und sagen ja so denken alle ja ja genau geht gar nicht das ist okay 40.000 gucken wir mal wenn ich eine umfrage ja nein mache mal gucken was da rauskommt aber ohne dass man das sieht natürlich ja weil das ist ja das geile du drückst und dann siehst du danach erst genau 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 ja ich mach das und zum beispiel ich mach eine story so ey wer hier drin glaubt allen ernst ist dass diese nordstream rohre worüber wir unser gras kriegen ja diese 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 da wer glaubt dass russland ihre eigenen rohre zerstören würde ja und dann ist da nicht mal ein prozent die haben sich wahrscheinlich verklickt die das glauben ja und dann schreiben aber die ganzen medien darüber ja dann war das gestern bei dir voll faszinierend der 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 eine von der der gruppe der war eher so anfänglicher der war so ja das kann schon sein und du warst ja normal aber 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 wenn wir das jetzt einmal so von außen betrachten wenn man guckt sich jetzt zum beispiel wir nehmen jetzt einfach als beispiel mord okay es passiert mord so dann wird ja erst mal geguckt wer hat ein motiv wer hat sich zu der tatzeit in der nähe befunden wer weiße so so wird ja erst mal recherchiert das ist ja das ist ja ganz normal das ist ja ist ja logisch so und in dem fall wird das aber nicht so gemacht in dem fall ist so dass das was einfach alles 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 weg weißt und ja was soll ich sagen weißt du wie das da ist du hast den mörder schon vorher den täter egal was passiert aber jetzt kommt das schlimme egal was passiert es muss dieser täter sein genau dann müssten die das so verkrampft versuchen so hinzubiegen um ein viereck durch ein dreieck zu pressen aber ich frage mich wo das woher das kommt warum warum dieses kritische denken dieses deutschland gab es ja immer mein leben lang als wir hergekommen sind dass das was marokkanische kultur von deutscher kultur unterscheidet ist ja der deutsche hat zum unserer kindheit immer gesagt ja wenn du das so machst was ist wenn das denn jeder so macht wo kommen wir denn dahin immer dieses überlegen das wo wie du gerade interagierst wenn wir das immer so machen würden wo können wir denn dahin und bei uns in marokko gibt es ja nicht da ist es mir einfach egal was skaliert das und in deutschland gibt das gefühl dass es verloren ist seit der corona zeit ist das verloren dieses wo kommen wir denn dahin die menschen aber auch angst kritisch zu sein also die menschen haben auch angst zu hinterfragen weil es ist viel zu einfach geworden dass du irgendwie falls die meinung nicht der mehrheit keine ahnung schmeckt so dann dann bist du wirst auseinandergenommen in der öffentlichkeit so und weil es so einfach ist jemand auseinander zu nehmen öffentlich hat jeder angst seine fresse aufzumachen also halte ich lieber meine fresse als dass sie mich auseinander nehmen weil jeder hat am ende des tages angst davor dass er seinen täglich brot verliert so leute verlieren ihre jobs leute verlieren ich meine so du machst irgendwas und dann wirst du auseinander genommen das ist sie ist ja zum beispiel bei diesem die können alles drehen und wenden wie ist er noch mal dieser offer ihm damit seinem david der jude meinst du genau gil offer ihm auch gil offer ihm genau der dass er dann kam und hat einfach gesagt ey die haben mich rausgeschmissen wegen meinem david stellen am anfang haben alles geglaubt so weißt du und jeder hat angst seine fresse aufzumachen du egal was es ist du kannst sagen ey ich möchte dich nicht hier haben und schon wirst du auseinander genommen und jemand sucht einen grund sagt ey warum weil nur weil ich schwarz bin oder nur weil ich schwarze arabe oder nur weil ich oder was stört ich das dass ich homosexuell bin nein es interessiert mich nicht du bist einfach nur scheiße so wenn ich meine ich aber und 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 das ist halt das gefährliche heutzutage und davor haben die menschen angst die das wird halt missbraucht weißt du diese diese du hast gerade eben gesagt was ganz wichtig ist du hast gesagt du hast angst eine meinung zu haben die nicht der mehrheit widerspricht das problem ist heutzutage weißt du nicht mal was die mehrheit ist hast du mal mit jemandem gesprochen zb in corona fällt dir das auf wenn leute miteinander reden die du nicht kennst man tastet sich so heran ja 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 erst mal wissen ja ist der andere geimpft oder nicht ja genau abhängig davon bestimmt das den rest vom gespräch genau so ist das jetzt bei allem ja ich höre es dir das ist so dieses ganz anfang also ich vor allem wenn du person mit person redest von denen du abhängig bist okay jetzt habe ich ein keine ahnung ich bin jetzt gerade dabei ein deal mit denen zu haben oder irgendwie wir wollen in zukunft zusammenarbeiten dann bist du erst mal so oft lustig ja impfen und dann ja da sagt er so ja sind sie denn geimpft ja sicher und dann guckst du auf seine reaktion er guckt dich an du guckst ihn an so erst mal so zehn sekunden stare down so schweißt tropfen geht so runter herz klopft so und dann sagte und dann war es auch die antwort so sagte jetzt ja was bist du dafür ein oder sagt er ja richtig so weißt du das ist homerun das ist richtig geil weißt du und ich denke mir so warum sind wir so weit gekommen dass wir nicht einfach nur akzeptieren wie der andere denkt so solange ist solange es moralisch vertretbar ist solange es jetzt nicht irgendwie gedanken gut ist was wirklich komplett schmutz ist woher weißt du ganz klar wo wir sagen ja okay die menschen haben nicht kein recht zu leben oder dies oder das sollte jeder seine meinung haben bis zu einem gewissen punkt weil ich meine solange andere menschen nicht schadet und ist seine meinung ist nur für sich ist es ja okay eine andere meinung zu haben es ist auch wichtig für den für die für die für die diskussion weißt du so sonst wo kommen wir dahin wenn wir alle eine meinung sind so bruder gibt es ja nichts schau mal vor es gibt nur eine partei so in deutschland bruder so weiß ich meine so deswegen nennt sich das doch demokratie weil es verschiedene meinungen gibt weil es verschiedene parteien gibt weil du dir aussuchen kannst wen du willst weil du dir aussuchen kannst wen du mit denen du sympathisierst und so sollte es eigentlich in der öffentlichkeit auch sein aber das ist leider nicht so es wird nicht mehr so gemacht weil in den medien vor allem die medien haben so eine macht da wirst du einfach auseinander genommen medial wirst du zerrissen und dann bist du auf einmal keine ahnung plötzlich bist du auf einmal antisemit dann bist du anti oder corona leugner dann bist du querdenker dann bist du guck mal wie viele begriffe es gibt so bro weißt du was ich meine so da sage ich immer gar nichts ich halte einfach meine fresse ich bin zu dem punkt angekommen ich schwöre ich bin da angekommen wo ich sage ey bro bitte lass mich in ruhe mach einfach was du willst bruder impf dich 20 mal impf dich nicht mach geh raus weißt du bruder ist mir scheiß egal bruder mach heizung an mach heizung aus zieh maske an 20 lass mich einfach in ruhe weißt du lass mich in ruhe mit marokkaner kannst du immer so reden ich klar sind viele von denen ekelhaft aber ich meine wenn man nicht wie ab wie wie halim jetzt fucking deren business zerstört mit einer rapperin mit einem video und rufmord betreibt natürlich sind der marokkaner ekelhaft wenn du die anpisst aber ich rede von diesem gespräch was gerade mit ihr habt ja das könnte genauso gut mein bruder mein cousin oder sonst wer sein ja das liebe ich dran und was mir jetzt aufgefallen ist wo das richtig wichtig ist gesagt diese corona schablone die man genommen hat das ist dieses ding jeder muss geimpft sein sonst bist du gut oder böse entscheidet daran ob du dir eine spritze gibt das ist der unterschied einem guter bürger oder ein schwurbelnder querdenker der auch gleichzeitig auf einmal nazi ist unabhängig davon von der hautfarbe früher war das hier so dass du als brauner wenigstens mehr sagen konnte ist ja du glaubst doch ja aber jetzt durch und dann geht man haben die das auch fertig gemacht jeder ein ziel jedes nazi egal ob du verfolgt wurdest oder nicht du bist ein nazi und die haben eins zu eins diese schablone von corona fließend übergeleitet auf putin ja fließend selbes das heißt wenn du jetzt dich kritisch äußerst nutzen die immer noch querdenker die sache ist ja ganz kurz du musst nicht mal also also ich bin jetzt zum beispiel ein menschen wenn ich was betrachte also jetzt einmal den den krieg jetzt russland ukraine oder irgendwie allgemein kriege oder probleme die in der welt sind oder egal was passiert dann denke ich ich gucke immer so ich sag mir es ist mir scheißegal wer gerade krieg wird ich bin marokkaner das kann sogar marokko sein ich betrachte alles kritisch ich sage immer so wie nutzt das gerade wer profitiert von dieser sache wer ist aggressor was ist passiert so ich selbst wenn mein bruder sich jetzt streiten würde mit einer fremden person das ist mein bruder ich betrachte es trotzdem kritisch ich gucke das an und sagt dann ja wer hat hier unrecht wer hat hier recht ohne dass ich irgendwie mit jemandem sympathisiere weißt du und das ist jetzt so eine sache auch wenn man jetzt einfach nur zum beispiel es gab ja hier diesen diesen wie ist der normale musste zurücktreten hier ein offizier von der deutschen marine so war das der muss ja irgendwie zurücktreten weil er irgendwie gesagt hat dass putin respekt haben will irgendwie sowas und und dann muss er zurücktreten so und ich denke mir so natürlich ist es komisch ne in der sitze in der zeit so wo krieg passiert wo unschuldige menschen sterben so wenn krieg passiert sind alles alles in scheiße bruder es interessiert mich nicht ob es jetzt ein putin ist ob es ein beiden ist ob es ein selinski ist oder egal wer das ist wenn krieg ist und menschen sterben und menschen gegeneinander kämpfen es ist scheiße es ist krieg es ist scheiße keiner will krieg keiner bock darauf außer irgendwelche leute die davon profitieren aber wir haben keinen bock drauf der autonormalverbraucher hat keinen bock drauf und aber wenn jemand seine meinung äußert so dann sollten wir ihn nicht cancel sondern wir sollten gucken so okay warum hat er es so geäußert was hat er jetzt gesehen was ich nicht gesehen habe oder wieso hat er es aus diesem blickwinkel gesehen und nicht aus dem blickwinkel und lieber erst mal die diskussion suchen mit dieser person reden um zu verstehen warum weißt du wir reden viel zu wenig miteinander und wir wir verurteilen lieber und und das ist das und das ist das schlimme heutzutage das ist das gefährliche dass leute alle zurücktreten müssen mittlerweile zurücktreten gecancelt werden dies das ananas weil wir nicht miteinander reden weil wir sagen okay der hat was gesagt er wird gecancelt punkt das ist ja quasi diktatur aber nicht von oben herab quasi diktatur normalerweise ist der obere sagt du wirst gecancelt aber wir haben das durch eine fake medien minderheit müssen die leute dann auf einmal gecancelt werden das heißt dieses dieses frühere dieses 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 label ist das erste mal ich weiß nicht wann ich mich daran erinnern kann ich weiß noch das beste ist bei uns das geil ist bei uns beiden wir haben die den den die veränderung der deutschen gesellschaft miterlebt anhand von unseren kommentaren bei social media wenn ich mich wenn ich mich zurückerinner das erste mal wo ich komme die gemacht habe vor jahren da waren da gab es keine rassistischen kommentare der bombenleger der abschieber hier das beste deutschland aller zeiten das gab es ja vorher ganz wo wir begonnen haben gab es das gar nicht jeder jeder deutsche jeder weiße hatte angst davor irgendwas rassistisches zu sagen das war fast schon ausgelutscht wenn wenn ben isa ich weiß noch genau ich habe mit ben isa sogar darüber geredet dass comedians die über rassismus gags gemacht haben das war schon ausgelutscht ja dann kann ich mir doch keine probleme ja genau dann kam diese flüchtlingskrise diese welt das erste mal mit diesem applaus und dann hat der applaus gewechselt und dann auf einmal aus dem nacken stelle und der wendepunkt war dieser kölner hauptbahnhof event das war katastrophe genau dann kam pg da raus der vorläufer von afd und dann auf einmal gab es bei mir kommentare das erste mal danach war der grabscher guck mal noch ein bahnhofs grabscher ein nafri nafri kannte ich früher gar nicht bruder ich kann nur afrikola es gab nicht mal marokkaner wir waren doch einfach nur türken ja ja wir das habe ich das hat mich voll gefreut weil wenn ich scheiße gebaut habe haben die türken sind schuld und das war geil weil ich mir dachte hey bruder die türken kriegen das ab nicht wir erst mal ganz schöne schöne grüße an alle meine türkischen freunde ich weiß noch dass ich in der schule mich geschämt habe weil als kind hat man ja immer so zugehörigkeitsgefühl genau das heißt wir sitzen so im schulkreis und jeder sagt woher er kommt auch und spiel was man heute wahrscheinlich nicht mal spielt in den schulen und jeder stellt sich vor und ich habe mich damals geschämt marokkaner zu sagen weil das keiner kennt ja 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 weil man man ist ja nicht so zugehörig marokkaner klingt schon so dieses ane am ende ja 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 genau das ist was anderes ich ein mädchen hat mich mal gefragt da hat einer in der schule ich glaub das war in der 8. klasse oder so da hat einer mir gesagt so spaß und kollege von mir das war auch damals ganz normal so ein deutscher freund von mir da hat mir gesagt ey du dreckiger marokkaner so spaß wir haben uns immer gegenseitig fertig gemacht so spaß ne und dann hat so ein mädchen sagt ihr dann so hä bist du marokkaner und dann ist so ja was denn sonst ne was dachtest du was du willst meinte ich dachte du bist moslem bruder so krass die wusste nicht was das ist ich schwöre marokkaner klingt doch wie eine religion das kann sein die so bist du marokkaner sagt du bist moslem und ich so bruder ja ey das war krass marokkaner ist richtig mies marokkaner hat viel zu viele silben auf ja viel zu viel bruder viel zu viel genau das war so komisch wenn man nicht kennt dann türke ist so geil kurz ich hab dann immer gesagt ich bin auch türke bruder wir wurden aber angesprochen auch von türkischen alten frauen immer bruder weißt du wie oft mich alte frauen türkische alten frauen angesprochen haben und mich auf türkisch so ey kannst du mir helfen mit einkaufen so und ich denke was will die von mir bro ich sag ich bin kein türke ich bin marokkaner aber bruder was soll ich hier sagen ne du konntest dich ja nicht verstecken weil hicham ist der marokkanischste name fast den es gibt ich glaube ich nur marokkaner also ich glaube ich habe den namen gibt es nur bei marokkaner also sehr selten woanders das ist so wie rachid rachid ist auch so ein marokkanischer name hodis also rachid richtig aber hicham ist so der royal flush das ist so marokkaner ist aber echt so damals gab es diesen läufer hicham el gerouj ja ja genau das ist so hicham ist ja es gibt nichts anderes hicham gibt es nur marokkaner das war null plus ultra hicham el gerouj genau und das geile war dann so haben wir das dann langsam miterlebt dass dann auf einmal leute sich getraut haben dass sie dann aufgrund dieser teilmenge von kriminellen flüchtlingen das problem ist wir haben ja keine chance weil wir sehen ja genauso aus wie die das heißt wenn wir am bahnhof rumlaufen der typ hat angst vor diesen grapschern und er sieht uns und wir sehen ja aus wie diese grapscher das war doch ein potenzieller grap und dann hat man die stimmung auch gespürt die sich langsam verändert hat die spannung ist geladen worden und in corona das war das erste mal dass dann diese spaltung komplett und diskriminierend gegeneinander also ein typ freunde freundschaften sind jetzt zerbrochen allein deswegen ob jemand einen pizza kriegt oder näher safe bei amageron das war ja diese ladung und jetzt hat man das fließend auf putin übertragen nur das problem ist der unterschied warum leute das gerade so in den wahnsinn treibt ist der virus kann ich reden alles andere ans kann schon am anfang am anfang erinnern egal ob du dich diskutierst ob impfung gut oder schlecht ist es ist immer eine sackgasse weil beide haben gleich viele argumente ja ja genau genau weil können sagen ja aber du schützt die anderen ja aber es gibt doch leute die sind nicht so gut geschützt weil es immunsystem jeder mensch reagiert ja anders manche manche kenne ich die waren nicht geimpft und die haben nicht einmal die sind von der tors wahrscheinlich immer gegen corona so exakt ganz genau genau das problem ist nur die nehmen diese schablone die die gemacht haben für ein virus was nicht reden kann und was unberechenbar ist versuchen die jetzt auf einen menschen zu übertragen der vielleicht sogar einer der schlauesten menschen der welt ist also er kann ja reden der putin redet ja du kannst ihm zuhören das heißt die können nicht diese schablone nehmen von wegen hey das ist so gefährlich deswegen musst du dich vor allem hüten was da hinten herkommt aber dann hörst du einfach zu bei youtube und der klettert dann auf dass eure leute da labern labern müll aber ja aber was ich gut sagen will so aber bei mir ich bin so in diesem punkt wo ich sage ich traue mittlerweile keinem politiker also weiß ich meine weil ich denke mir egal ob es ein putin ist ob es ein beiden ist oder sonst was die arbeiten alle nach einer agenda und nach dem was was ihr was den am besten so ihr bestes outcome weiß ich meine der handelt ja nicht im interesse von mir so der handelt im interesse von von russland ja von russland und von seiner macht so am ende des tages geht es ihm ja natürlich um macht weil bruder guck mal man hat ja so man hat ja zum beispiel bilder gesehen von putin mit mit ich kommt mit wie man die ersten bilder george w bush schon gehabt oder dann hatte der mit obama bilder dann hatte damit trump bilder jetzt hat er mir bei also so weiß ich meine das so das ist wie so ein so so ein onkel der damals illegal aus marokko kam und nie gehen wollte bruder so der war einfach immer da bruder der war da als ich ein kind war dann als meine neffen kinder waren so der war immer da so was ich meine aber aber bei merkel und erdogan genauso ja aber mehr aber bei merkel weiß man ja ganz genau so okay so am ende des tages so in deutschland haben jetzt schon also ich gehe schon davon aus dass merkel kein diktatorin war oder irgendjemand war die sagt die hat ihre macht legitimiert so weiß ich meine so bei bei erdogan ist wieder eine andere sache so ne das ist so dieses kann man also so erdogan chi jinping und so weiter und so fort so das sieht man ja ich meine bruder die 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 gehen ja nicht du hast du jemals gewählt hast du mal gewählt in deutschland ja 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 und und als als merkel weg war hättest du gedacht hättest du dir auch gedacht lieber gewünscht dass die weiter gemacht hätte also jetzt im nachhinein sage ich boah scheiße alter die war schon nice also ich sagte ehrlich ich sag dir ganz ehrlich das ist das asozialste was du machen kannst du kannst doch nicht auf einem arbeitsplatz wenn gerade alles brennt feierabend machen ja was sie gemacht hat meinst du ey das ist das asozialste was es gibt ja ja safe wie kann man denn safe die hat einfach gesagt weißt du was ich bin raus oder die hat einfach bilder in in venedig und so jetzt auf einmal so die chillt einfach mit kamera und so richtig deutsche urlaub macht jetzt ne wie kann man denn chillen wenn man wenn man wenn man sieht alles was man über sein leben lang aufgebaut hat innerhalb von so paar sekunden alles alles in die zugrunde geht die ich weiß nicht bruder das das ist eigentlich voll der marokkaner move den ihr gebracht hat ich schwöre das richtige dieses bruder kein bock mehr ich geh jetzt einfach wala kein bock mehr wala lass mich in ruhe bruder wala ist immer gibt ihm die schuld wala weißt du was ruft mich nicht mehr an ich geh jetzt das war so das war so ihr vielleicht die marokkanerin bruder ich weiß nicht die ist richtige marokkanerin die ist komplett marokkanerin ja bruder dieses einfach zu viel kein bock mehr das ist viel das ist ich hab kein bock mehr draußen weißt du aber das verständlich auch irgendwie ja ich weiß nicht verständlich also du willst ja ins bett gehen wenn deine arbeit fertig ist du kannst ja nicht anfangen zu kochen lässt deine küche quer liegen lassen und dann gehst du einfach schlafen kann sie nicht machen muss jetzt aufräumen ich hast auch recht aber die hatte kein also ich vielleicht war die einfach ausgelaugt ist ja auch nicht mehr die jüngste so ist 15 jahre jünger als putin ja aber die das war hart gefreestyle diese zahl ich weiß gar nicht ich weiß nicht ob das stimmt ich habe gar keine ahnung ich habe einfach gelabert ich glaube die da diese diese amtszeit hat sich schon also die hat schon echt viel mit durchgemacht in deutschland also im prinzip oder so das muss man mal drüber nachdenken so alles chaotisch hat sie ja mitgemacht so dann wo es richtig chaotisch geht ja hast du eigentlich recht ja da wo es richtig chaotisch wurde so hat sie gesagt salam aleikum nicht salam aleikum sondern sie hat 16 jahre zeit und sieht wie sich das entwickelt und dann wechselt die die einen ein der der das von null irgendwie handeln muss okay von null ist falsch weil der war ja vize der war ja eh die ganze zeit da aber aber weil du vorhin dieses geile beispiel gebracht hast mit diesem du suchst nach einem motiv und sowas und dann habe ich ich leider sorry das ist das auf diese rohre dann verlegen genau genau ich wollte halt sagen so ich betrachte das ganz unabhängig von russland und amerika und ob der krieg jetzt gerechtfertigt ist oder nicht so dass das für mich ist krieg nie gerechtfertigt so weißt du so egal ob ob jetzt ein putin sagt in keine ahnung wir müssen jetzt die leute der ukraine entnazifizieren oder dass er sagt ey das ist nur eine keine ahnung spezial mission oder was weiß ich was oder amerika jetzt irgendwo in irak einfällt und sagt die haben massen vernichtungswaffen ist für mich gleichzustellen sage ich dir so wie es ist weil es leiden immer die menschen darunter wie wir reden jetzt gerade nicht über die soldaten so die dagegen einander kämpfen sondern ich rede wirklich von den omas opas kindern vätern mütter die einfach nichts damit zu tun haben wollen die einfach nur ihr leben genießen wollen weil früher später gehen die ehe und die dann einfach von heute auf morgen tot bombardiert werden oder das tut mir leid so weil ich sehe da auch meine familie drin so weiß ich in jeder familie und aber unabhängig davon ne aber aber noch hier noch eine frage an dich als marokkaner als 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 patrioten kurze frage und zwar krieg ist ja eigentlich nur das letzte mittel um grenzen zu verschieben das ist ja krieg ja jetzt ja grenzen haben irgendwie du willst die verschieben oder andere grenzen dazu bekommen damit du einfluss nehmen kannst weil da etwas ist was du willst ne ganz ehrlich jetzt nur unter uns wenn wir jetzt marokko leben würden oder deutschland auf einmal wird von holland eingenommen und deutschland gibt es nicht mehr sondern das ist jetzt holland würde dich das jucken also wenn es deutschland nicht mehr gehen würde sondern holland genau holland hat kriegserklärung gemacht wir haben kapituliert und jetzt müssen wir ich sage ganz ehrlich bei mir wenn ich in marokko leben würde und auf einmal sagt algerien so marokko ist jetzt algerien das einzige was mich nerven würde daran ist dass ich jetzt zum konsulat gehen muss und neues ja ja aber 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 also natürlich ist das dann jetzt nicht gerechtfertigt das ist aber dann dieser patriotismus der so ein bisschen auch in mir drin ist ja da ist dann schon dieses so es würde mir schon wehtun dann nicht mehr die marokkanische flagge die marokkanische nationalhymne so mit der ich groß geworden bin so nicht mehr in der wm singen zu können also weiß ich meine einmal bei der wm tschüch ja aber ey wir waren gut letztes mal wir waren nicht schlecht und ich glaube jetzt vor war wunderschön bruder das war ein schönes tor aber wir haben auch gegen spanien mitgehalten und gegen portugal auch und in dieser wm glaube ich könnten wir einiges reißen weil die marokkaner reißen immer was wenn alle anderen keinen bock haben so weißt du und alle keiner hat gerade bock auf die wm und marokko kann es dieses mal die wm gewinnen oder aber egal kurz zurück zum thema du sagst es lohnt sich dass menschen sterben damit du mitsingen kannst bei der wm die einmal alle scheißjahre aber ich finde es schon also ich sagte ehrlich mich wirklich jetzt mit marokko und algerien wenn ich das zumeist zusammentun würden sagen wir mal marokko agieren jetzt besseres beispiel sagen wir mal marokko agieren und tunesien würden sagen okay wir wären jetzt ein land ne also wir wären jetzt nicht marokko wir heißen nicht algerien wir heißen nicht maghreb oder irgendwie anders wir heißen jetzt keine ahnung legoland oder kölner domplatte oder wie auch immer so wenn 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 das passieren würde dann würde mich das nicht stören nein weil ich würde sagen okay geil so egal wie sind jetzt united states of afrika so weißt du ich meine so das würde das würde ich nicht nee das würde ich cool finden aber wenn jetzt etwas gegen deinen willen annektiert wird so erobert wird und dann sagen die okay jetzt zum beispiel ich wohne ja aus einer grenzstadt ich komme aus rujda so ich bin ja grenz algerien wenn jetzt auf einmal algerien sagen würde ey weißt du was ihr seid jetzt algeria das wird mich schon stört weil das ist jetzt schon stört ja das wird mich stört aber 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 zu was für einem level würde ich das stört würde ich das so sehr stören dass du mit einer waffe dahin gehst und diese leute da tötest würde ich das so sehr stören oder würde ich das so sehr stören dass du deinen kus kus kurz aufhörst zu essen also also es wird mich schon krass stören aber nicht so ich würde keine menschen töten nur wegen irgendeiner grenze weißt du und wenn der typ bereit ist dich zu töten dafür dass du deinen pass änderst beim konsulat würdest du dann sagen ja okay alter dann besorgt du mir wenigstens den pass safe aber ich hätte jetzt ja aber 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 ich sag dir ganz ehrlich wenn das jetzt in deutschland passieren würde ich weiß also jetzt in marokko okay weil marokko da lebe ich jetzt nicht so da fahre ich jetzt zum urlaub also familie besuchen sonst was ja aber ist so aber wenn das jetzt in 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 deutschland passieren würde guck mal ist es komisch ne aber eigentlich so ich habe hier schon irgendwie auch wenn die mir das irgendwie weg reden wollen habe ich schon ein bisschen anführungsstrichen nicht national stolz aber schon ich fühle mich hier so schon zu hause das ist so zugehörigkeit und wenn ich auf einmal jetzt nicht mehr deutschland wäre sondern holland das wird mich schon abfacken sage ich dir ganz ehrlich wenn jetzt holland sagen würde hey ab jetzt seid ihr holländer nein ich will kein holländer sein so wie weit also würdest du den töten nein ich würde kurs kurs kurz verschlucken aber ich will den jetzt nicht töten nein es ändert sich ja nichts das meine ich doch wenn die sagen hey du musst wenigstens einmal pro scheitjahr jetzt ein orangenes trikot antragen wir würden ja genauso hier besitzen wenn jetzt ein holländer reinkommen würde mit waffen und sagen die junge das ist holländer das ist ein holländer würde ich sagen ja okay brauche danke für die infos aber scheiß sprache ich nicht machen ja aber ich soll es euch meinen pass jetzt geben dann gibt mir den holländischen hauptsache ich kann noch umreisen die haben wir nur dann ihre sprache lernen muss keine ahnung also ich finde jetzt holländisch jetzt ist jetzt nicht so die schönste sprache so oder das ist weder deutsch noch englisch das ist so irgendwas so dazwischen das ist ein bisschen bärbisch so als mehr sieht so ist alles bei denen ist jetzt was anderes also wenn die mich jetzt zwingen würden holländisch zu lernen da würde ich schon zur waffe greifen aber wenn er einfach sagt das ist übrigens holland du kommst morgen neuen pass dann würde ich sagen kein problem ja ich verstehe dich aber ich weiß nicht wie es ist ich glaube die mehrheit die würde stören und deswegen stellt es die jetzt zum beispiel es ist sogar es ist sogar sogar ein schlechteres beispiel ich komme so ukraine und 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 russland da das ist ja so eigentlich so wie cousins weiß ich meine so ist dass es im osten sogar dasselbe land ja oder so weißt du also sie sind schon ähnlich aber trotzdem ist es eine sache ob ich jetzt dazu gehören will oder ob ich dazu gehören muss also verstehst du was ich meine so wenn ich da verstehe so dass das die gezwungen werden jetzt okay ab heute seid ihr russen nein also wenn es jetzt okay es sind wahlen die stars ananas ihr könnt euch aussuchen und jetzt keine gedribbelten wahlen dann würde ich sagen ja nice aber wenn das jetzt so auf zwang oder nein auf zwang hat es niemand verdient irgendwie seine seine ja ich sag mal seine in anführungsstrichen kultur abgeben zu müssen so ja das ding ist die kultur ist ja dieselbe das ist der grund warum die sich zugehörig fühlen das ist ja wie zum beispiel bei uns ist ja der sinn in marokko warum wir ja von einem genozid ja bewahrt wurden ist weil die leute die eingewandert sind in marokko sehen genauso aus wie diese ureinwohner ja das einzige was bei berbern und arabern die dann dazukamen aus beduinen völkern weil nur könnt ihr noch arabisch lernen on top ja perfekt gib uns den pass wir sind ja das paradebeispiel dafür dass da kein krieg gab so berber kam rein dann kamen diese araber nun ihr seid dieses land hier ist euer pass aber das war eine andere zeit da gab es ja noch nicht dieses da gab es ja eher völker verschiedene völker es gab ja woanders also wenn der zum beispiel wenn du daran denkst europa wenn europäer irgendwo hingekommen sind dann wurde da erst mal alles getötet und dann wurde neu eröffnet weil die sagen die sehen anders ja ja klar ja hast du auch recht ja ja da wurde erst mal übrigens und das ist glaube ich immer noch über jahrtausende in meinem gehen drin dieses aber es kam ja mit mit einer bewegung mit einer religion das war eine andere zeit also es kam ja damals so okay leute was geht ab hier das ist ein gott so dass der einzige so den sollte ab jetzt anbeten und alle so was es gibt nur ein so okay weiß was hört sich interessant an nehmen wir an so das ist natürlich was anderes als ihr seid ihr gehört ab jetzt zu uns so ihr ändert weiß ich meine so ihr seid ab jetzt das was wir sind so so religion ist glaube ich noch mal ein bisschen mächtiger um leute so zusammenzuführen weil du dann nur verschiebt meine weil wieder sagen okay wir arbeiten alle für diese eine religion wir sind jetzt alle eins so weißt du das ist dann wie so eine wie so eine mannschaft so wir vertreten die gleiche fußballmannschaft jetzt das beste zwischen thailand oder malaysia bist und du hörst diesen dann gehst du in die moschee und es ist egal ob er ein asiat ist egal ob er ein russe ist wenn du in russland und dort gehst du in die moschee ist immer dasselbe ja und das gute ist ja wie mit den marokkanern jeder der in dieser moschee ist mit dem weißt du wie du mit dem zu reden hast und was das ist da hast du nicht diesen standoff wie beim impfen wo du weißt okay wie funktioniert das mit der impfung also das ist genauso wie mit allen also das ist dann nicht dieses dass die sich da definieren und ich habe irgendwie das gefühl dass in das in diesen in 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 deutschland jetzt zumindest dieses also dieses christentum ist ja nicht so stark weißt du also christentum hat ja nicht dieses ganze verhaltenskodex noch dran so wie dass man islam ist beim islam ist ja so wenn du so erzogen wurdest dann das 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 genau genau ja und bei den christen ist so du kannst christ sein aber es gibt kein das 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 sondern jeder ist anders das heißt jeder ist dann trotzdem da ist nicht diese dieser 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 team gedanke ja du hast ja auch damals gezwungen jetzt ne kreuzzüge und so das war ja so weißt du so das war ja so ey du du glaubst jetzt daran oder oder du wir haken dir deinen kopf ab so weißt du ne das war ja nicht so ey hier ist ein brief lest euch das mal durch und lest euch mal das durch und das ist die wahrheit so glaubt mal daran so wir kommen jetzt mit einer botschaft also ich glaube der islam also ich will mich jetzt nicht falsch ausdrücken aber ich glaube da war immer eher so also es war keine kriege das war jetzt nicht dass die dort hinkam sondern die haben botschafter herabgesandt herausgesandt zu den jeweiligen königen und dort wurde dann der islam näher gebracht so weißt du und die kreuzzüge waren so ey okay die die wir müssen jetzt durchgehen und jeden unbedingt zum 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 kreuz rufen weil sonst ist ist er ungläubig und dann bringen wir ihn um verstehe ich meine so ja ja genau also da weiß ich halt nicht also klar gab es ja auch also nicht kreuzzüge sondern 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 so ein ding züge zum beispiel wenn du so osmanisches reich persisches reich da weiß ich halt nicht ob das vom von der flagge der religion war oder eher vom land ach so ja ja da muss ich komplett passen also es kann sein dass es leute mit vollbart und tourbahnen gab die rumgereist sind wissen wir dass das passiert ist konstantinopel nach wien aber wir wissen nicht unter welchem ich zumindest weiß nicht unter welchem deckmantel die das gemacht haben die das jetzt gemacht damit die mehr einfluss haben auf der ganzen welt oder haben die das gemacht um die religion zu verbreiten ich glaube der mensch den also wenn du wenn ich jetzt wenn ich jetzt von religion verbreiten rede so oder wenn ich jetzt davon rede dass ich jemandem was näher bringen möchte dann erzähle ich ihm was davon und wenn er es nicht möchte dann ist es auch für mich kein weißt du das ist eigentlich deine aufgabe so du erzählst ihm davon und wenn er es nicht möchte dann gehst du einfach weiter dann ziehst du weiter so aber ich glaube die meisten leute aber damals die meisten die meisten die meisten völker oder die meisten staaten oder wie auch immer haben natürlich auch oft die religion missbraucht für ihre macht und da will ich jetzt auch nicht nur gut reden von den von den damaligen muslimischen weißt du so und ich glaube da da gab es auch genozide kann ich mir vorstellen weil es vom mensch zu mensch verschieden ist weiß ich meine bis zum heutigen tag siehst du doch der ganze nahe osten komplett alles diese ganze teilung die da stattfindet ist durch diese islam ist ja nicht islam sondern islam hat ja viele untergruppen dem schia und sunnis da gibt es 70 verschiedene noch mal alle und so viel aber jetzt zum beispiel der ganze nahe osten dieser ganze kalte krieg der dort ist zwischen iran und saudi arabien ist ja nur religions basiert ja 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 saudi arabien und jemen das ist wenn oder kummer jemen es werden es verhungern nirgendwo mehr menschen als in jemen so zum beispiel weiß ich meine die menschen dort sind ich glaube jeder jeder fehlt oder jeder dritte stirbt also an hungernot so es ist schon krass so weiß ich genau und und es faszinierend ist auch ich merke das nur dass diese propaganda also propaganda jetzt bei uns also das ist ja das was die verstehen ich hatte zum glück meine ich glaube eine folge die podcast folge 162 hatte ich mit so einem cia-agenten mit dem ich noch ab und zu telefoniere und der hat mir das gesagt dass das erste was hier passiert ist ja klassisches zitat das erste was im krieg stirbt ist ja die wahrheit das ist immer das erste was passiert und dann gibt es ja immer diesen informationskrieg dass das dass das dass die bevölkerungen auch gleichgeschaltet werden deswegen kommen mir immer diese ganzen fake news und das probleme was was mir aber auffällt ist dass zum beispiel marokkaner oder araber allgemein alle alle aus dem nahen osten die sind null anfällig dafür also deutsche die schlucken das voll also nicht gemeingesprochen die schlucken voll putin ist böse das was er da macht sich ja markus lanz macht ja nichts anderes als jeden tag raus zu posaunen wie wichtig es ist obdachlos zu sein als solidarität der der multimillionär ist sitzt dort und sagen wie krass ausnahmslos böse das ist und diese marokkaner sind immer so erwarte mal ganz kurz also dieses wo können wir denn dahin dass was in deutschland ja leider abtrainiert wurde siehst du ja überall zum beispiel dort gibt es ein referendum wir sehen leute die dort wählen im osten von der ukraine wir sehen leute die da wählen und allein schon dass es das gibt diese wahl wird schon sofort einfach nur nicht weil es vielleicht fake ist einfach nur weil es russisch ist wird schon als fake abgetan genau genau also es wird nicht hinterfragt wenn es jetzt zum beispiel was mich stört ist so ich verstehe ist dass es komisch ist eine ganz komische situation okay jetzt gerade mitten im krieg und sonst was und da muss schon also ukraine auch mit einbezogen werden wenn solche wahlen existieren so im ok auf ukrainischen boden theoretisch gesehen so ne da muss das schon also da muss schon miteinander gesprochen werden so du kannst jetzt nicht einfach so was machen sagen okay weißt du was wir fragen jetzt einfach diese fünf leute hier und sagen wollt ihr zu uns gehören oder nicht aber ich frage mich wie wäre es wenn jetzt zum beispiel keine ahnung jetzt nur als beispiel israel zum beispiel machen würde sagen okay wir machen jetzt zwangssiedlungen in in palästina auf palästinensischem gebiet warum ist da für sich meine da werden die leute einfach zwangs assimiliert so und da wird gar nicht gibt es nicht mal eine wahl da gibt es ja eigentlich mal ein kreuz das ist so okay jetzt gehört dieses land und dein haus gehört jetzt dem da und weißt du du darfst dieses haus nicht mehr betreten obwohl dieses haus meiner uro ma gehört hat und meinen vorfahren gehört es aber jetzt einem typen der aus new york eingewandert ist so und der sagt jetzt ey das ist mein haus und da das ist dann wenn wir schon die eine sache kritisieren dann sollten wir auch die andere sache kritisieren oder wir sollten bei beiden die fresse halten weißt du und das ist das und das ist das was was mich stört und das ist das wo ich sage ist und es hat nichts und das hat gar nichts 0,000 prozent damit zu tun dass es irgendwie juden sind um gottes willen so bruder ich hab du kannst auch du kannst auch serben und kosse waren nehmen da war das genau so die sache ist bruder ich ähm bruder wie viel als ich in los angeles gelebt habe so ich die hälfte die ich konnte dort waren juden so ich habe mich richtig gut mit dem verstanden in marokko wird es von juden ich habe my heritage gemacht ich bin 2,5 prozent jude so weiß ich meine bei mir ja bei mir 2,5 prozent aber das ist viel marokkanern drin so und es ist das ist für uns gar nicht so dieses bro so für uns das hat nichts mit euch also das hat nichts damit zu tun dass du jude bist oder 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 hindu oder buddhist oder glaubt von mir aus keine ahnung an an findet nemo so das interessiert mich nicht weiß ich meine so aber es hat einfach damit zu tun dass es unrecht passiert wäre es andersrum würden die palästinenser das gleiche machen mit den israelis wäre das andersrum würde ich es genauso kritisieren also das ist das was du vorhin schon gesagt hast mit dem dieses wenn du etwas kritisierst und der typ versteckt sich hinter seiner identität genau wie du es vorhin gesagt hast mit dem ah du sagst das nur weil ich schwul bin und sowas genau das ist ja nur zu scheiße bist genau und die und die juden wegen der halt dieser schwaren dieser schweren geschichte verstecken kann man sich dahinter halt perfekt verstecken ja ja du kannst halt egal was machen und sagen ah das machst du nur weil das antisemitismus so genau das juckt ja kein also du siehst nur hier werden eine familie wird rausgeworfen ja und dann kommt eine andere familie da rein ganz genau und das was viele nicht verstehen das hat auch gar nicht damit zu tun dass ich zum beispiel muslim bin und die palästinenser auch muslime sondern bei den palästinensern gibt es auch sehr sehr viele christen die reporterin die abgeknallt worden ist das war eine christliche reporterin das war keine muslima und das hat es trotzdem gestört weil es einfach nur das hat nichts mit der religion zu tun das hat einfach nur damit zu tun dass es ungerechtigkeit ist diese menschen können an nichts glauben das interessiert mich nicht aber es geht einfach nur darum dass es ungerecht ist und dass menschen darunter leiden und dass diese menschen keine stimme haben und keiner denen zuhört so aber im im gegenzug wird dann das kritisiert was passiert in der ukraine und mit den russen ich sage dann wie gesagt gerade schon erwähnt wenn dann kritisieren wir bitte beides so und wenn wir schon unsere fresse aufmachen dann bitte richtig und nicht nur für die einen und für die anderen währenddessen während wir gerade reden und gechillt in unserem zimmer sitzen und ein podcast machen oder sonst was sind gerade irgendwelche uiguren die auseinandergenommen werden in irgendwelchen konzentrationslagern wir wissen gar nicht was dort passiert wir wissen gar nichts von china china hat die grenzen zugemacht egal ob es social media ist oder egal was ist bruder in china kann es sogar fliegende autos geben wir wissen es nicht so weit ich meine du kriegst davon nichts mit so und was dort gerade passiert mit diesen mit diesen mit diesem mit diesem unterfolg mit den auguren das interessiert auch keinen arsch weiß ich meine das juckt keinen aber da frage ich mich würde es euch interessieren wenn es jetzt andersrum wäre und das wären israelis oder juden oder sonstwas würde es dann durch würde es euch dann mehr interessieren würdet ihr dann mehr darüber reden oder sucht euch aus leute für die euch einsetzen für die euch nicht einsetzen aber dann redet nicht von moral dann redet von sympathie dann kann ich auch damit arbeiten wenn ihr sagt okay die sind uns ähnlicher deswegen helfe stehen und die sind das und das und das dann weiß ich okay du bist ein arsch und du du bist kein mensch der für gerechtigkeit steht sondern du bist einfach nur dafür dass du deines gleichen hilfst aber dann tun ich so als wärst du hier irgendwie batman oder superman der einfach für jeden da ist ja was ich meine dann dann sag einfach ganz klar wer du bist so dann kann ich damit arbeiten weißt du ich meine dann kann ich damit arbeiten und kann sagen okay bro du bist nicht superman so weißt du shut the fuck up so dich interessiert und das ist das das ist der unterschied wenn ich jetzt komme und rede mich interessiert es wirklich nicht wer also wirklich ich sage es so wie es ist mich interessiert es nicht welche religion du hast mich interessiert es nicht welche hautfarbe du hast mich interessiert es nicht welche nationalität du hast mich interessiert es nicht welche sexualität du hast nichts ich bin nicht gott ich urteile nicht über dich mich juckt das nicht so weiß ich meine mich juckt aber wenn ich sehe dass du jetzt xy unterdrückst und xy scheiße behandelt egal ob es jetzt eine mehrheit wäre die ob es jetzt schwarze werden die rassistisch sind gegen weiße oder weiße was ich meine wenn ich sehe obwohl rassismus gegen weiße jetzt existiert jetzt nicht aber ich sage jetzt nur wenn es jetzt zum beispiel andersrum wäre wenn es jetzt von anfang an der geschichte andersrum wäre dass das die 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 black community weiße versklavt hätte dann würde ich genauso meine fresse aufmachen da würde ich auch schreien white bleibt das habe ich als filmidee ja aber aber weißt du so dass wir mich dann genau so interessieren so weißt du dass irgendwelche zum beispiel albinos so wenn du jetzt irgendwo nach afrika gehst in irgendein in irgendein volk in irgendein land und dort zum beispiel albinos fragt den jetzt auch scheiße an manchen ecken weißt du die werden die werden als verflucht angesehen die werden auseinandergenommen so weißt euch meine ja nicht nur von den sonnen von den leuten die sagen die sind verflucht die sagen weil die albinos halt weiß sind die haben keine pigmentierung so in manchen da muss man gucken gibt es sogar eine doku darüber die werden einfach umgebracht und die weil die nicht schwarz sind deren meinung nach so weißt euch meine so und ja ja und 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 das tut dann auch das tut mir doch genauso leid und wenn ich sehe dass irgendwelche muslime zum beispiel andere muslime unterdrücken weil die sagen okay dann anderen glauben weißt du so das ist ja bei uns komme alleine kriege wenn du jetzt guckst in syrien irak iran was weiß ich was diese kriege untereinander sind einfach muslime gegen muslime der eine sagt er ist schiit der andere sagt der sunnite ein bisschen ich meine das stört mich genauso mich stört es einfach wenn menschen kommen und sich gegenseitig abschlachten mich stört es wenn menschen kommen sich gegenseitig umbringen mich stört es wenn menschen kommen und sagen hey du bist besser du bist schlechter aber deine nase ist so deine nase ist so deine nase ist dies deine nase das mich stört es wenn menschen kommen und sagen ich habe ein recht auf diese sache aber mich stört es genauso wenn menschen nicht hinterfragen und nicht dinge einfach kritisieren weil es kritisch für kritik fähig sein sollte sondern einfach nur sachen kritisieren oder nicht kritisieren weil die entweder damit sympathisieren oder antipathie 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 so auf jeden fall wenn die damit sympathisieren oder nicht sympathisieren und das ist jetzt zum beispiel ein beispiel jetzt wieder zurück wir haben sie sehr weit ausgeholt die sache mit dem nordstream so dass man da guckt ja aber dass wir dort gucken und dass wir da sagen halbe stunde so ein kalifat auf und dann zurück zu den rohren genau jetzt detective common modus aktiviert punkt so detective common modus ich sag einfach rein rein jetzt einfach den menschen da draußen stelle ich so eine frage wer wer hätte eurer meinung nach ein motiv wen würde es nutzen das jetzt zu zerstören genau jetzt in der zeit wo wir abhängig sind davon wo wir jetzt merken ey bro winter wird scheiße so wenn wenn wir jetzt nicht irgendwie was bekommen sind wir am arsch so und wer hätte jetzt daran interesse dass wir dass wir kaputt gehen daran so und wenn der einzige druckmittel der russen genau diese beiden rohre dort sind so für europa so warum sollen die dann ihre eigenen druckmittel kaputt machen so weiß ich meine so das ist dann die frage so das ist dann die frage wo ich sage ey macht doch eure also jetzt die menschen können eh nichts daran ändern aber die politiker warum stellen sich nicht die frage und trauen sich mal ihre fresse einfach mal aufzumachen und sagen ey bro rein theoretisch gesehen ergibt es gar keinen sinn dass es die russen waren wie ich meine es ergibt einfach keinen sinn weil erstens das ist nato gewässer roh wie soll er da reinkommen alter so womit ja womit ist er dahin getaucht so also von wo ist er getaucht okay von der insel der muss ja irgendwie dort hingekommen sein so weiß also mit dem u-boot man weiß ja jetzt mittlerweile dass das irgendwie eine special force sein musste die das kaputt gemacht hat so da denke ich mir so zur gleichen zeit sind dort irgendwelche flug flugzeuge oder helikopter von amerika die dort drüber kreisen so wo ich mir denke so wie kann das sein dass wir was wir dass wir dort unseren menschenverstand ausschalten und einfach so an einem auge so auf einem auge blind sind und bei anderen fällen nicht wie kann das noch nie war klarer dass die medien kontrolliert werden also das war noch nie so klar wie jetzt früher hat man das ja schon so gedacht mit so propagandamaschinen und so aber das jetzt alle gleichzeitig unlogisch zum beispiel ich sage genau wie es bei mir passiert ist okay woran ich das gemerkt habe dass das so ist zum beispiel am anfang von du musst immer muss ich immer erinnern an corona also noch nie war ja die zensur diese 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 zensur so hoch wie während corona also am anfang wo es keine impfstoffe gab wo es kein wo es keinen markt gab für eine meinung dann konnte jeder eigentlich alles sagen ja das gibt es so das gibt es so selbst diese krassesten typen die so gesagt haben dass bill gates das extra macht für so chips hier jeder durfte das sagen was er will war ja kein problem weil es gab nichts zu machen aber wenn du einmal dann etwas hast woran du verdienst oder wenn du eine meinung hast dann merkst du auf einmal dass alle goebbels feuchter traum gleichgeschaltet sind weil wenn du dann noch einmal was gesagt hast mit von wegen impfung bringt ja gar nicht so viel weil das und das und das und das zack alles von dir war weg dein account war weg shadowband arbeitsplatz weg du hast ja auch bei bei instagram hat es ja diese diese diesen diesen stempel damit wenn du über impfung geredet hast stand da ganz viel informationen hier und da und die und die impfung bei die infos waren an die die das verkauft haben dass man direkt in das an bayern tag der kinder direkt zu und der hatte dann von seinem konto hat er hat ihr erzählt aber war dieses produkt und dann siehst du diese 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 daten diese verträge sind ja alle geschwärzt als du es mal gesehen hast die verträge sind alle geschwärzt das heißt du kaufst quasi black box keine haftung aber vertrauens ne so das war ja das sobald es etwas gibt dann merkst du auf einmal alle sind gleichgeschaltet alles ist gleichgeschaltet und dann jetzt auf einmal habe ich das erlebt innerhalb von zwei sekunden das heißt ich habe an dem tag wo das passiert ist der grund warum ich das erfahren habe war ich habe ja am ersten kriegstag wo das passiert ist habe ich ja eine riesen summe von rubel gekauft ne ach krass sofort also direkt als der so runtergecrashed ist als die sanktionen begonnen haben sofort all in in diesen rubel nächste schritt wird sein dass er auf rubel wechselt seine zahlung und dann wird dieser kurs explodieren ja auch dieses jahr die glorreichste währung von allen alle kämpfen gegen ihn aber ich sehe auf meinem beinens konto dass er gewinnt weil die das geld lügt nicht ja ja der markt lügt nicht du kannst alles faken aber die zahl die du siehst wenn du den wechselkurs rubel in euro siehst der geht so nonstop und der grund warum ich das gekauft habe war warum ich da so in der nacht als das passiert ist erfahren habe war weil ich das mit so mehreren mache du hast ja gestern erfahren mit wem ich da immer so rumtelefonieren und dann haben wir direkt so quasi so bilderberger mäßig war unsere der grund warum ich das gemacht habe war weil ich wusste im winter wenn die wenn die rohre angehen müssen die den rubel bezahlen das heißt wenn die beiden pipelines dann aktiviert werden damit wir uns retten unsere wirtschaft retten wird der rubel nachfrage wird komplett explodieren also zu dem zeitpunkt wo ich es gekauft habe ist vor letzter woche hat sich dieser kurs vervierfacht also dass ich ein gewinn jetzt habe seit märz vervierfacht kann alle das tragen alle müssen jetzt die ganze welt da hat ja den peter dollar abgelöst jetzt gab es den peter rubel auf einmal krass so und dann hat das komplett die szene abrasiert direkt ging das nach oben komplett explodiert und ich habe darauf gepokert am anfang vom winter hat sogar begonnen wenn du genau den verlauf siehst ich habe sogar noch chat verläufe mit denen es geht los es geht los danke es geht los und dann hat er angefangen zu explodieren weil dann der protest hier immer höher war das und nordstream zwei aufmachen soll ja safe das einmal angeht explodiert noch mehr weil man nicht mehr in euro zahlen kann nur noch in rubel so darauf habe ich gepokert und als dann in der nacht das passiert ist was traurig in der nacht rufen die mich an alles von allen seiten plus doppelt also einmal dass er die sachen dass er das dass er die volksrepubliken anerkennen will und dass die pipelines tot sind das heißt du hast zweimal herzschmerz deswegen habe ich den rubel auch sofort verkauft in der nacht wurde fast ich den verkaufen mit sechsfachen gewinn verkauft krass genau aber der grund warum ich den verkaufte aber doppelt weil wenn du neue volksrepubliken hinzufügst die bekommen jetzt auch alle rubel das heißt es wird übertrieben viel rubel gedruckt neuer ah ja klar ja hast recht dann ist da wieder zu viel markt und so dann fällt auch sein wert ja 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 nummer eins und er kann nicht mehr er hat sein haupt druckmittel hat er jetzt verloren diese zwei sachen womit er das ausgleichen hätte können dieses geld drucken und jetzt siehst du wenn die letzten zwei tage ich weiß nicht ob du hier so screen share machen kannst von den letzten paar tagen vom rubel dann siehst du wie er runter crash weil er einmal jetzt neu ausdrucken muss und er hat ein druckmittel verloren das heißt jetzt kann eigentlich wenn der täter unbekannt bleibt kann die europäische kommission auf höhere gewalt pokern und dann müssten die diese langfristigen verträge nicht mehr zahlen wenn du deine wende wenn du deine motive suchst hast du drei motive einmal hast du theoretisch die polen weil die polen eine neue pipeline über norwegen haben jetzt sind ja quasi neue und einen tag nachdem das eröffnet wurde diese pipeline wurden die anderen beiden gesprengt das heißt jetzt quasi jetzt sind die monopole jetzt das monopole sind polen also die polen könnten auch jetzt theoretisch gesehen schuldig sein ist ja nato also nato ist ja alles ein block die können ja alles untereinander austauschen so das heißt polen ist gewinner nummer eins und der polnische außenminister der vize außenminister hat an dem tag wo das passiert ist getwittert thank you usa habe ich gesehen habe ich gesehen genau und er hat es dann danach gelöscht weil er selber nicht gecheckt hat dass diese medien wirklich versuchen dass den russen in die schuhe zu schieben ja ja so er hat er sogar noch was geschrieben gegen die russen danach genau er hat sie was geschrieben und dann hat er geschrieben nein das waren ganz klar die russen ja ja genau genau er hat zu schnell gehandelt so und bei mir war das genauso weil an der nacht wo das passiert ist als wir dann alle unsere rubel verkauft haben wussten wir wir haben sofort verkauft weil wir uns war klar wir wussten jeder in unseren chats also es kann nur weil usa profitiert davon wegen dem lng das heißt die können jetzt die nächsten jahre mit vier lecks dauert es ja mindestens bis nächstes frühjahr bevor die repariert sind diese pipeline so lange ja also du musst ja erst mal warten bis das ganze gas aussteigt da musst du diese submarines runterholen plus es sind ja noch sanktionen offen das heißt die können ja nicht mal mehr die rohre reparieren weil die rohre werden ja produziert erst mal und um das zu produzieren sind ja sanktionen da das heißt du kannst es nicht mal reparieren du konntest ja nicht meine turbine von a nach b bewegen das heißt haben jetzt diesen deadlock dass diese pipelines tot sind aber du darfst aufgrund der sanktionen die nicht reparieren weil du brauchst ja siemens und alle die amerikaner dürfen jetzt entscheiden nee ihr dürft das nicht reparieren wegen den sanktionen du weißt ja wieder wie wie das bei der turbine war ja klar ja sagen die nein ihr dürft das nicht reparieren weil das ist böse und jetzt haben die es halt geschafft so wie es gestern gesagt habe sobald er die republiken jetzt anerkennt müssen ist sind jetzt die poker chips sind jetzt hart erhöht und jetzt haben halt die 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 polen haben davon profitiert von dem was jetzt passiert weil die jetzt haupt abnehmer sind die können jetzt richtig viel cash mit diesen norwegen pipelines machen nummer zwei die usa weil die elng verkaufen können und dann natürlich der ganze europa raum weil die jetzt auf höhere gewalt plädieren können um russland nichts mehr zu zahlen das heißt du hast drei gewinner alle in der eurozone und drei mal minus auf der russischen seite dass die dann noch versuchen dass den russen in die schuhe zu schieben und jetzt sage ich dir wie dieser medienkomplex miteinander zusammenhängt ich habe in der nacht bei tik tok gepostet diese diese diesen zusammenschnitt von vorher wo ich das schon gesagt ja ja und joe biden wo er sagt we going to close it egal ja ja genau ja um jeden preis wir werden die mittel haben genau das habe ich gepostet 1,2 millionen aufrufe über nacht so moment aber jetzt jetzt kommt der jetzt kommt das wichtigste das heißt ich habe das in der nacht ja als erstes erfahren ich war ja in der nacht habe ich die ganze nacht fast durch telefoniert um die ganzen rubel crew von mir zu sagen hey leute die müssen jetzt verkaufen wir haben zwei probleme das das ist jetzt vorbei und das ist genau dann passiert in der nacht also jetzt in zwei tagen hat sich der rubelkurs ist der ist der ist der wieder ein bisschen eingestürzt wir haben alles rausgegangen weil das hauptding war worauf wir gepokert haben das nordstream aufgemacht wird genau und dann habe ich gepostet und dann merkst du wie der algorithmus funktioniert das heißt der algorithmus befeuert das ohne ende vor allem tik tok dachte ich okay überall auf allen seiten instagram und so sind teilweise sogar liberaler als tik tok so und dann kam halte ich fest 24 stunden später kam auf einmal dieses medien narrativ dass es die russen waren ja genau genau und dann wurden beide runtergenommen dann wurde es bei mir gestrikt ach was echt ja wegen fake news nein es ist sofort passiert ich hab sogar noch hier ich kann es heißt das medien narrativ kommt dann wird gleich geschaltet und dann wurde wahrscheinlich vom außenminister in polen seins wurde wahrscheinlich auch untergenommen ja ich glaube ich dass er das selber gelöscht hat die haben runter genommen wie bei mir das heißt die können dann nach außen hin sogar dann sagen er hat es gelöscht hat den schwanz eingezogen weil die selber die kontrolle haben der das abzudrehen der polnische außenminister sitzen da aber genau das ist das wo wo zum beispiel als trump auf allen social media kanälen überall gebannt worden ist das war das das war der punkt wo alle haben es gefeiert ich habe es kritisiert weil ich habe gesagt wenn ihr den präsidenten der vereinigten staaten überall löschen können dann wird das ab jetzt jedem passieren die werden ab jetzt genau da schließt sich der kreis wenn wir das bei dem machen ja müssten wir das ja bei jedem machen und wer bist du schon genau wer bist du schon wenn wir den präsident der vereinigten staaten sogar überall bannen dann können wir dich auch bannen und die leute freuen sich aber das ist zensur genau und ich sagte die bösen die bösen sind nicht die 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 fucking politiker und sowas weil wir können froh sein dass die dass die dass die politiker halt noch reden aber die gefährlichsten sind die sind diese medien dieses kartell von den medien sind nur drei vier leute die alles bestimmen die machen ein narrativ und ich habe es gestern am eigenen leib gespürt ich benutze ja sogar deren quellen das heißt ich poste nur das bild von joe biden wo er sagt it will be closed und dann sagen die fake news obwohl das deren news ist recycelt aber das juckt nicht und das heißt deswegen haben die alle gestrike und das ist das gefährliche und deswegen drehen die leute so ab das ist so ein wahnsinn dann weil leute dann durchdrehen weil wir haben alle das logische denken ich und der außenminister von polen denken die ganze welt denkt dasselbe die amerikaner die basta die haben es geschafft und dann schaffen dies trotzdem diese ratten pisse durch zu quetschen und die ganzen leute lesen diese nachrichten und fühlen sich dann paranoid weil die dann denken denke ich jetzt nur so weil du nicht weiß was die mehrheit ist ja safe safe das ist der toxischste cocktail deswegen überlege ich das erste mal meinem leben wirklich todes ernsthaft wahrscheinlich sogar auszuwandern ach was wirklich ich ja ja ich kann das ich halte es ich überlege erstens mit diesem ganzen comedy ding aufzuhören ach krass weil ich nicht mehr weiß was ich bringen kann also als ich angefangen habe mit comedy wir beide wir wussten wir haben unsere set an rules und dann machen wir darüber gags das heißt wir haben unsere erfahrungen ja und anhand von diesen erfahrungen und weltbildern machen wir dann gags drauf wie künstliche freiheit so weg genau du gehst auf ein date dann erlebst du etwas und dann darauf basierend machst du gags und witzel genau genau und dann jetzt machst du das und dann wirst du angeschissen dass du frauen bilder reproduziert die schon veraltet sind du musst das nicht binäres beziehungsdingen das heißt egal was du jetzt machst du hast gar keine keine leute haben mehr ein gemeinsamen wort ein gemeinsamer erfahrungsschatz jeder hat seine eigenen medien jeder glaubt seine eigene pisse und wir werden alle von oben diktatorisch gleichgeschaltet ohne dass wir es merken und wir zerfleischen uns gegenseitig das ist weil wir unseren menschlichen logischen verstand unterdrücken müssen damit wir diese gewalt von oben wie du so vorhin so schön gesagt hast weil du dann angst hast alles zu verlieren einfach nur weil du deinem normalen logischen menschenverstand nachgehst das ist einfach diese 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 meinungsdiktatur die menschen beklatscht haben wo es angefangen hat so das ist jetzt der backlash sage ich dir ganz ehrlich das ist das wo wir wo es angefangen hat dass hier und da einzelne leute gebannt worden und was weiß ich was das ist jetzt der backlash so und jetzt ist einfach das was früher verschwörungstheorie war ist jetzt heute realität das was früher und das ist halt das krasse wo ich sage inwiefern wo hat die verschwörung angefangen wo hat sie aufgehört so was war jetzt daran verschwörungstheorie wo die am anfang wo es zum beispiel mit corona angefangen hat haben die leute gesagt selbst ich habe mir gesagt ach also ob das passieren wird haben die gesagt ey du wirst nur noch reisen können mit impfpass hat gesagt halt deine fresse dass wir niemals durchsetzen können so als es angefangen hat 2020 anfangs 2020 meinst niemals hör auf mit deinen verschwörungstheorien so habe ich gesagt und am ende das kam dann habe ich gedacht wow das ist ja echt passiert so genau weil jeder angst vor diesem unbekannten shitstorm hat der dich alles kosten kann ja das heißt die einzigen die wirklich frei sind das ist das traurige sind die ganz reichen ja oder jetzt kommt die ganz armen das sind die einzigen die nichts zu verlieren haben und einfach sagen können was die wollen aber jetzt wenn ich so ein wenn du so ein armer arbeitender normaler typ ist der einfach seine nüsse chillt und einfach nur seine familie durchbringen will und du erlebst etwas und versuchst du musst einfach nicht vorstellen was diesen familien angetan wurde die mussten zusehen wie sie gezwungen werden ihre kinder mit maskierung in einem stickigen raum fast acht stunden zu lassen ohne menschlichen kontakt zwei jahre lang also zwei jahre von diesen kindern die ihre ihre kindheit wurde gestohlen um irgendwelche fiktiven alten leute zu retten dass das mussten eltern zwei jahre lang ertragen und jetzt rauskommend aus diesen zwei jahres trauma erleben die den größten crash den die jemals passiert haben inflation frisst die auf alle werden ihre jobs verlieren und jetzt mit diesen torpedierungen von den zwei pipelines haben wir nicht mal unseren joker jetzt mehr kennst du es bei brennball wenn du um dein leben rennst um diese matte zu erreichen aber jetzt ist diese matte weg du rennst 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 und dann gleich kommt der knall und dann wirst du verbrannt aber keiner hat jetzt meine matte das erste mal vorher habe ich voll oft über die gehatet über diese ganzen politiker wie habe und sowas aber dein empfang ist jetzt gerade weg jetzt scholz alle habe ich gehatet aber jetzt tun die mir einfach nur übertrieben leid jetzt können die nichts mehr ändern ich habe zum beispiel eine frage an dich so meinst du jetzt durch dieses nord stream weil es kommt sogar nord stream 1 kaputt oder wurde nicht auch angegriffen beide beide sind kaputt die wurden beide angegriffen beide die wurde beide sabotiert krass beide mit in zwei löchern an unterschiedlichen stellen das ist voll krass und meinst du das wird die ganze sache noch mal zum eskalieren bringen oder sagst du das also meinst du daraus könnte sowas wie ein weltkrieg entstehen ich sag zu dir ich sag dir ganz ehrlich joe beiden wird in die geschichte gehen als der krasseste gewiefteste geskilltesten präsident den die welt jemals hatte meinst du dieses dieses ganze demente so ist von ihm gespielt nein also das problem ist dass das reden also ja was ist denn reden das heißt wir haben ja gedanken im kopf die mit diesen abgefuckten scheiß lippen verbinden und dann haben wir gedanken aber das hier drinnen spiegelt ja nicht deinen mund wieder der mund kommt mit dem hier teilweise sogar nicht mal hinterher das heißt dieser typ hat 50 jahre in der politik er war schon acht jahre lang ukraine beauftragter unter obama und sein sohn hunter beiden hat ja sogar dort gearbeitet mit den ukrainern acht jahre lang und davor noch im kongress und dann weiter im kongress und jetzt kommt der wird er quasi wie so eingewechselt nachdem trump eingewechselt war und er hat den höchsten erfahrungsschatz den ein präsident jemals haben kann der ist ja präsidenten level wenn das ein beruf wäre hat er ja level 150 der ist ja tourtok mit unendlichen sonderbonbons er weiß ja so fort wie an etwas kommt das heißt die meisten präsidenten die reinkommen müssen erst mal wissen wie alles funktioniert die gucken aber wie funktioniert das das wusste ich auch nicht die cia hört nur auf den präsidenten er kann die komplett bedienen krass das heißt wusste ich auch nicht und dann das heißt er weiß das alles heißt er kommt direkt rein und zwölf jahre lang hatte die usa das ziel ihre dieses diese nordstream pipelines zu killen weil russland und china und iran und vielleicht nordkorea bisschen aber ist ja eigentlich china das sind ja deren einzigen konkurrenten deren einziges ziel ist es diese konkurrenten noch aus der rest ist ja in deren hand der restliche planet ist ja in der hand nur die vier sind die einzigen die die nicht kontrollieren noch richtig direkt die müssen die noch drohen das ist diese vier das heißt deren einziges ziel ist es und und russland die einzige combo die den usa wirklich gefährlich ist bis zum heutigen tag darum wurde nato gegründet ist die deutschen nicht mit den russen zu fusionieren in europa wenn der europäische kontinent mit dem russischen kontinent die brauchen ja keine amerika also die haben die energie von da und hier haben wir die wirtschaftsleistung und das ist deren einziges ziel ist ein keil zu treiben und das was die verschmolzen hätte wären diese zwei pipelines weil die halt direkt all in deutschland ist ja auch das perfekteste land um diese pipelines hinzuschicken weil es genau in der mitte ist genau das ist der umschlagsplatz wieder frankfurter flughafen wo du alles hin und her schickst das heißt der joe biden weiß dass er denkt ja an amerikanischen interesse das ist er guckt sich das an und denkt sich das ist die gefahr für die usa so bastardhaft das von ihm ist muss ich das verstehen das heißt wenn sein job ist die amerikaner zu vertreten hat er das in einer masterclass gemacht das heißt die haben alles versucht merkel gesetzlich zu zu rasieren damit die aufhört nichts davon hat geklappt nichts das einzige womit man das hätte machen können wäre mit einem krieg das ist ja wieder höhere gewalt ja das heißt dass dieser typ jetzt hat ja eigentlich sein ziel erreicht um seine frage zu beantworten sein ganzes ziel war ja um diese zwei zu trennen den russischen vom europäischen aber es ist doch schon pokern noch mal es ist doch schon pokern also dass die höchste pokern ist das höchste weil nichts hat geklappt die wirtschaftssanktionen gegen russland haben nicht geklappt ich habe das an meinem rubel konto gesehen explodiert egal was passiert weil putin ist einfach schneller putin ist einfach die die usa bei den anderen ländern bei diesen braunen ländern die wissen dass das bastarde sind die wissen dass ja das haben wir haben es ja im eigenen leib gespürt die wissen den können wir nicht vertrauen aber den russen können wir vertrauen weil die haben uns noch nicht bombardiert und alles die haben das nicht gemacht die waren das heißt die haben uns nicht die ganze zeit rasiert das heißt die haben dann angefangen sich an ihn zu wenden das heißt die wirtschaftssanktionen haben gefehlt die 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 blockaden haben gefehlt das geld einfrieren hat gefehlt nichts hat funktioniert das heißt das einzige was die haben ist entweder direkt der krieg mit der nato das können die nicht machen weil ansonsten haben die genau die haben atombomben haben dann das ist das amerikanische ziel das einzige ziel was die haben ist kein krieg auf eigenem boden ja ja klar und das würden die haben die die haben keine wahl das heißt diese raketen kommen von hinten aus sibirien ja und dann sind sie schon noch amerika genau die grenzen an beiden seiten russland ist unbesiegbar auf dem militärschlacht also nicht unbesiegbar aber die würden sich auch ins knie schießen ja und die haben auch china als verbündeten und das ist jetzt auch alles aber china das witzige ist bei china wenn wir so eine karte aufmachen würden china haben die im griff deswegen hat der joe biden auch gesagt wenn china taiwan überfällt dann werden wir das mit soldaten verteidigen das hat er sofort gesagt weil china ist einfacher weil china hat nur einen einzigen punkt du kannst hinten die saudi araber straße blockieren dann kriegen die kein öl mehr und dann kannst du die langsam aber sicher ausbluten ja theoretisch das ist nur ein kleiner punkt aber russland ist unbesiegbar von allen seiten können die nicht ficken von allen seiten kann russland nicht ficken ist wie so schachbrett und egal was du hast putin hat ein anderes schachbrett gab du machst die wirtschaftsanktion er macht den petro rubel ich ich stehe das an meinem konto ja klar das letzte was die hatten ja mir also der beiden sieht ja dieselben zahlen wie ich er sieht ja auch wir sind so die sind so das letzte was die hatten kurz vor dem weltuntergangskrieg war diese sachen einfach zu bombardieren und ich glaube jetzt hat er sein ziel erreicht hat er auf dem papier hat joe biden sein ziel erreicht alles wofür die 16 jahre lang gearbeitet haben im kongress und alles alles versucht jetzt haben die es geschafft die haben die polen pipeline ist ausgenockt dank der norwegischen pipeline weil es gibt ja vier pipeline gibt eine die durch polen geht die hat jetzt polen ersetzt durch norwegen geschafft keine sorgen die die durch die durch ukraine geht die ist schon längst gelöst und die einzigen zwei die noch genervt haben waren die nordstream pipelines die jetzt weg sind und ich glaube jetzt mit dieser annektion von dem anderen können die die eskalationsstufe nicht weiterfahren und ich glaube das bleibt genauso und der krieg wird beendet sagst du jetzt das hat ja am ende des tages auch gar nicht interessiert ob jetzt ukraine annektiert wird oder nicht das war einfach nur juckt uns gar nicht am ende des tages nehmt euch mal hier gegenseitig auseinander so und wir brauchen alles nur um denkt dran es ist wien das ist wie ein wie ein schachbrett und du hast alles europa ist in deiner hand südamerika ist in deiner hand es gibt nur vier eigentlich nur einer der dir wirklich gefährlich wird und das ist putin und die haben ihre chance nicht genutzt beim zerfall der sowjetunion ja das heißt jetzt versuchen dies und der einzige weg wie du dran kommst die haben es ja von allen seiten versucht die haben sie aus dem kaukasus versucht nämlich diese tschetschenischen leute da unterstützt haben mit dem bürgerkrieg das hat putin ausgenockt dann haben die georgien versucht das hat putin sofort ausgenockt und jetzt haben die aber die haben gemerkt dass er dass der putin immer alles zu schnell ausgenockt deswegen haben die jetzt so lange ukraine vorbereitet der beiden war acht jahre lang dort um das vorzubereiten mit waffen vollgepumpt alles reingeballert den ganzen europäischen kontinent aufgesudelt all das um russland stärkstmöglich zu schwächen die haben alle neun von ihren zehn attacken haben die rausgeballert hat nicht geklappt rein also rein jetzt rein aus ich betrachte es jetzt einfach mal als zuschauer oder ich betrachte es mal als amerikanischer bürger so sage ich mal so so hat der beiden ja in anführungsstrichen alles richtig gemacht ich habe es am anfang gesagt er ist der motherfucker wenn wir amerikaner sind müssen wir schwören auf beiden wir müssen ihm standing ovation und ihn küssen und ihn als goat und mohammed ali michael jordan der präsidenten und wir dürfen aber auch nicht prozentig er hat alles richtig gemacht mit diesem krieg musst du es zusammenrechnen wenn wir alles rechnen was der krieg ihm gebracht hat er hat er konnte seine neuesten usa waffen konnte er testen er hat performance daten ohne einen einzigen amerikanischen soldaten zu opfern hat er das heißt er hat auf jedes seines kompletten militärapparates hat er jetzt ein tüv alles das ist unbezahlbare daten ohne amerikanisches leben zu kosten er hat den kompletten europäischen kontinent fast schon deindustrialisiert es gibt ja jetzt immer mehr jobs in den usa weil die die rüberholen er hat die amerikanische währung stärker gemacht auf die kosten von unserem euro der jetzt komplett am arsch ist weil die haben weil die ganzen europäer jetzt gezwungen sind in dollar sachen zu kaufen der immer teurer wird ganzen ellen jeans und waffen und diese ganze pisse und dann hat er es jetzt geschafft seinen stärksten rivalen zu schwächen aber das ist so dass ich safe aber was ich auch was ich jetzt auch kritisch betrachte was ich sage ist dass jetzt nicht so was natürlich auch fakt ist und das weißt du ja auch dass wir aber auch nicht so tun sollen als wäre putin so engel der hat ja auch gegenspielt das war eigentlich game of thrones so weiß ich meine das ist einfach nur zwischendrin so weißt du es am ende des tages genau aber du musst es so sehen der 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 eine game of thrones der hat der hat schon neun von zehn medaillen der eine hat nur eine einzige medaille alles was putin hat ist hat sein gas was er darüber schickt billig wie je zuvor und er hat seinen vorgarten und er hat ja schon denkt daran wenn du so diese komplette geschichte betrachtest sowjetunion war ja das gegengewicht zu der ganzen usa nato und jetzt haben die dem versprochen damals war halt nur bla bla leider haben die diesem dumm ass gorbatschow versprochen wir werden das nicht ausdehnen aber was nicht geschrieben ist existiert ja nicht das kennen wir doch auf dem bazar das nennst du so unter freunden bruder der hand hat und danach am ende bruder kommt irgendein vertrag ja was haben wir gar nicht drüber geredet es gibt ja keinen vertrag ich habe nicht verweisen so hat übrigens der mcdonalds typ die die originalgründe abgezockt wusstest du das nein also der original mcdonalds mcdonalds original ja ja klar die waren waren so ein kleines mittelständisches unternehmen zwei brüder genau zwei brüder und dann kam der andere hin so ein franchise typ ja ich weiß der richtige versager war der ging hin und hat und hat genau und der hat dann ganz zum schluss als er das franchise geholt hat so fachmäßig hatte hatte hat er das genommen hat er den beiden brüdern versprochen irgendwann wurde er größer als die brüder da wollten die brüder einstampfen dann hat er gesagt ich verspreche dir hiermit dass du 50 prozent von allen einnahmen des mcdonalds egal wo es was das gibt bekommst du 50 prozent der einnahmen und dann ja aber steht nicht im vertrag hand drauf hand drauf bruder der war start aber er konnte ja auch nicht wissen dass es so groß wird aber der hat das im gefühl gehabt das war ein business typ oder genau aber er ist ja nicht der eine hat es im gefühl gehabt die brüder nicht die brüder nicht nein 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 die brüder waren leidenschaft also die wollten es auch gar nicht groß machen die hatten eine bude er hat dann er hat aber dieses prinzip von denen gesehen dass dieses fast food dass es so schnell ging und er fand das einfach cool und hat gesagt das müssen wir groß machen das müssen wir überall machen und die haben gesagt nee die haben gar nicht daran geglaubt die haben gesagt nee das wird gar nicht nach uns reicht das wäre so nein glaubt mir so am ende des tages aber was soll ich machen so genau so war eins zu eins genau so war das und genauso war das bei gorbatschow die haben gemerkt das ist der mcdonalds kauf der gorbatschow ist derjenige der leidenschaft hat er hat gesagt hey leute wir leben jetzt alle lieb und nett zueinander dann sagt der versprochen da wird kein da wird da wird keine erweiterung zukommen die waffen kommen nicht an deine an deine grenze und der so okay ich vertraue euch fünfmal nacheinander erweitert und dann hat putin irgendwann gesagt hey das gibt's weil die die sagen ja die benutzen nur abwehrsysteme ne das ist so fakename wenn du abwehrst kannst du die auch angreifen ist ja dasselbe ja eine schraube enden irgendwann und irgendwann ist das halt so du musst immer überlegen napoleon hitler die ganzen invasion von den beiden jetzt speziell der grund warum die nicht erfolgreich hatten was war denn der was war denn der grund falls du dich erinnerst der grund war die größe des landes ist ja so lang dass wenn der winter kommt ja alle erfrieren der sprint macht es aus dadurch dass es so riesig ist und du von frankreich oder von deutschland startest dann bist du dort bist ist schon winter dann frierst du ein aber wenn beide wenn hitler oder napoleon von ukraine gestartet werden vom donbass hätte jeder von den moskau erreicht das ist das ist das du musst nah ran kommen damit die nicht reagieren können und wenn die reagieren ist es zu spät weil moskau halt direkt so an der grenze ist das heißt du die die versuchen immer näher dran zu kommen das heißt wenn es losgeht haben die es geschafft und das war eigentlich der plan deswegen hat putin quasi reingeackt und das problem ist er ist ja nur da er bewegt sich ja nicht aber alle anderen bewegen sich auf ihn zu das heißt wenn du es nur als außenstehender betracht ist wissen wir wer der bastarde das ist safe und noch mal kurz hier um das zu also ganz kurz wegen wir haben ja gerade über cancel kalcher geredet nicht dass sie denken dass er selben hier den hitler irgendwie als der hat nur erklärt was der gemacht hat nicht dass sie denkt so der feiert den und hat gesagt deswegen nur dass es einmal kurz klar ist so weiß ich meine nein aber es kommt so rüber so als wenn man die als beispiel nimmt du weißt doch bruder du weißt doch mittlerweile die könnte jedes wort im mund trainer sagen wir lieber jetzt schon vorher bevor da irgendwer das wort im mund verdreht das macht aber auch so frei eigentlich weil dadurch dass du eh weißt egal was du sagst man kann das verdrehen vor allem auch rückwirkend verdrehen das was du jetzt sagst hast du ja gar keine garantie dafür dass es in fünf jahren noch standhält ja safe safe die sache ist aber auch worüber wir gerade hier reden oder das ist und das ist ja das was ich feier und das ist was ich auch wichtig finde und was auch was gut ist ist dass wir einfach dinge rein natürlich das auch subjektiv so betrachten ne und einfach mal alles durchspinnen und alle theorie mal durchgehen und einfach und also unbewerteten anführungsstrichen weil ich meine dass man einfach sagen kann okay so und so und so ist das und das ist ja eigentlich das womit worum es eigentlich gehen sollte dass man frei reden kann einfach mal frei schnauze ohne dass man irgendwann diskriminiert weil genau das ist das schlimme dass du heutzutage kaum redest du ein bisschen gegen amerika so wirst du zensiert komm redest du einmal gissen bisschen gegen dieses dieses was was dir vor diktiert wird bist du wirst du auseinandergenommen so ne und 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 deswegen finde ich das gerade richtig interessant und auch voll interessant deine sichtweise darüber zu sehen und dir einfach mal zuzuhören weil ich habe es nie aus diesem blickwinkel so betrachtet wie du es erzählst was ich meine für mich war es auch sagte ehrlich für mich war es so ich war immer zwiegespalten ich war immer so wer ist jetzt der böse so ich habe immer gedacht so okay sind jetzt die amerikaner die bösen oder sind jetzt die sind die russen die bösen weil ich mir denke so okay jetzt zum beispiel mit der teil mobilisierung so fand ich jetzt auch nicht cool sage ich dir ehrlich so wo ich mir denke so worum geht es jetzt oder ist das jetzt wirklich die wahrheit ich war irgendwann überfordert ich sagte ganz ehrlich ich war irgendwann einfach nur noch überfordert und wusste nicht mehr was ist die wahrheit wer ist jetzt hier der arsch und weil ich habe mir beide punkte angeguckt habe mir gedacht okay die haben irgendwie recht und die haben irgendwie recht was ist jetzt hier die wahrheit wo was passiert hier gerade und daran hast du dann gemerkt wie dass wir auch in einer in einem land leben wo propaganda des grauens herrscht weil ja so die die reden über dieses russia today aber die sind nicht anders die ein erzählen die eine seite die anderen erzählen die andere seite so und und wenn du einmal wie du jetzt einfach mal die mitte betrachtest und sagst okay ich heiße mal auf russia today ich heiße mal auf das ich benutze einfach mein gehirn und schaue mir das einfach an ganz logisch und kommt zu einem punkt so weißt du wenn und das gibt es aber gab es nicht so wie du es jetzt gerade erzählt hast und wie du es einfach hier gerade rübergebracht hast du weißt du und bruder du hast mich einfach jetzt gerade so todes geflasht alter ich sag dir wirklich also ich habe erst mal deine tiktoks gesehen so und fand das schon mega interessant aber jetzt mal diese sichtweise zu sehen und sichtweise zu zu verstehen auch also ich habe es nie richtig so verstanden weißt du das meine ich mit der mehrheit du weißt du was die mehrheit ist das heißt so wie keiner weiß ja wie der andere denkt nie das ist das problem ja ja das ist ja auch dieser fail warum empathie nie funktionieren kann also weil du denkst wie wäre ich in seiner sicht aber du bist ja immer noch in seiner sicht und denkst aber immer noch wie du deswegen sind das ja nicht das heißt bei mir ist das problem oder bei jedem ist das problem ich denke jeder muss das doch denken ja weißt du das heißt ich denke das ja so und dann denke ich jeder der mir so eine pisse schreibt von wegen nein nein das war ganz klar die wollten ein zeichen setzen also wenn ich so kommentare sehen was schreibt wie nie ganz klar ist es für mich macht das komplett sehen diese dass ich nur erst erst er ist wahnsinnig geworden für mich ist es nicht mal ein mensch der das schreibt ich denke das ist ein typ programmiert hat der existiert gar nicht kennst du das wie wenn du bei pokémon rumläufst da steht nur so ein typ der ball ist dort genau immer den gleichen satz oder zehn jahre später immer noch du tust wie dein gameboy rein der red immer noch der ball ist dort du bastard was los und die hast nichts gewehrt heute also ihre eigenes ding haben und dann labern die dass ich das gar nicht ernst aber dann wenn es so wie du deswegen da meinte ich das gestern als wir miteinander gesprochen haben da war ich so auch voll geil das einzige wo ich das noch halbwegs habe ist wenn ich mit richtigen bärbischen marokkanen rede die sind die einzigen die nicht weil jeder marokkaner hält von sich zu viel weiß ich meine als dass er einfach so ein der ball ist dort typ ist ja nein 100 prozent 100 prozent also bei den anderen gaben wir haben wir haben es ja gestern auch alle wir waren gestern dort aber auch einer ein ball ist ja klar und dann merken direkt diese ein ball ist dort typ ist dieses aber auch wie gesagt also es hat einfach dieses dieses angst was zu sagen was am ende des tages dich irgendwie in irgendeine ecke drängen kann so weiß ich meine so obwohl wir eigentlich was heißt eigentlich wir sagen ja nichts was irgendwie irgendjemanden in die karten spielt sondern wir sagen einfach dinge die wir als menschen betrachten die logik besitzen dass wenn jetzt keine ahnung ich habe jetzt mein mein stück kuchen dort liegen schokokuchen gehen dann auf die toilette so auf die toilette kommen dann wieder und dann sehe ich ein der hat schokokrümel am mundwinkel und den anderen der der guckt nichtmals auf meinem schokokuchen dann ist der verdacht groß dass der typ mit dem schokokrümel im mundwinkel ja aber was ich meine der ist der mein schokokuchen gegessen hat so und und das ist einfach nur menschenverstand würde ich jetzt kommen und sagen ein frau lehrerin der typ hat meinen kuchen gegessen und ich zeige auf dem sagt man ja vorher willst das dann wissen was denn die anhaltspunkte sage ich ja keine ahnung da würde mir sagen nee du weißt es nicht du hast keine beweise also ist es ja nicht aber wenn ich jetzt auf den einen typen zeige und sagt der war das mit dem schokokrümel sagen die okay hat er selber ein schokokuchen nein aber der schokokrümel ach so dann ist es der verstehe ich meine so ist es ganz einfach so es ist einfach ganz simpel so und das ist aber dieses simple denken selbst das wird uns genommen dieses ganz normale simplische denken simple denken wird uns genommen und es wird uns verboten es wird uns verboten um diesen um diesen um diesen kreis zur pipeline zu schließen und das was dann ein typ sagt der typ mit den krümeln an dem mund er sagt dir dann nein du hast deinen eigenen schokokuchen genommen und aus dem fenster geworfen ja ja genau wenn du das nicht sagst dann bist du auch ein verschwörer nein nein das macht doch sinn dass er seinen eigenen kuchen den er essen wollte weil er hunger hat auf dem fenster geschmissen hat ohne sinn und ich bin der einzige den schokokuchen in diesem raum hatte so und und alle haben Bock auf schokokuchen weißt du und das und das ist das einzige tag wo man wo ich mal gemacht werden kann von den leuten weißt du der einzige tag wo die mal sagen können wie heißt mal hier ist korrekt so der schokokuchen und ich meine raus ich nehme die beliebtheit so weiß ich meine einziges druckmittel einzige was ist eine geschichte noch nicht gab wir haben die ganze zeit die ganze geschichte gab wenn wir diese dabei denkt dran die menschen ändern sich die regierungen ändern sich was sich nie ändert sind die landesgrenzen denkt dran alles was so ist marokko wenn du dahin gehst vor 4000 jahren war das auch marokko das heißt die probleme die es dort gibt sind immer dieselben mit den grenzen und wir hatten unsere ganzen weltgeschichte hatten wir alles wir hatten europa zentrisch denkt dran ganz am anfang französische revolution russen waren die gegner dann kam mitte russen haben ihr eigenes ding gemacht wir europa haben uns bekriegt russen waren die gegner dann jetzt seit dem zweiten weltkrieg russen waren die gegner russen waren die gegner europa hat das gelöst mit der europäischen union hier gibt es keinen kampf mehr russen sind die gegner deutschland hat aufgebrochen mit diesen ganzen pipelines selbst im größten kriegswachstum das zeigt wie essentiell diese partnerschaft ist ja selbst auf dem höchsten atomwaffen gefahrkrieg gab es diese pipelines die nonstop geliefert haben eigentlich wir liefern rüber und das letzte was glaube ich die nächste phase unserer menschlichen geopolitik evolution ist dass dieser europäische kontinent sich mit diesem russischen kontinent verschmelzt wenn die zusammen sind und auf diese missgeburten da drüben scheißen wieder die ganze zeit ihre eigene agenda verfolgen dann wäre das der einzige weg der russe war eigentlich nie unser gegner so nie aber er wurde gezwungen also es wurde immer auch in filmen agenda der russe ist immer der böse mit sein egal welcher mafiaboss hat russische akzent egal welcher entführer hatten russischen akzent egal welcher terror typ hat entweder einen russischen oder arabischen akzent so das ist immer immer und jetzt überlegt und jetzt überlegt wer diese filme macht ja ja genau ja ja das macht alles sind dann es macht alles einen sinn das einzige ding ist das einzige wie ich mir das vielleicht so abschließend so 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 vorstellen kann ist kennst du noch früher in seiner kindheit du hattest so freundeskreis ja aber zwischendrin gab es so einen bastard freund auf den du eigentlich gar keinen bock hattest aber der hat den krassen haus oder der war der einzige der playstation hatte kennst du dich an diesen freund erinnern ja ja klar und dieser freund war glücklich dass ihr coolen jungs bei ihm wart weil er diese playstation hatte das heißt er hatte power und hat gesagt er jungs drüber playstation zahlen so und dann auf einmal hatte dann anderer freund mit dem du wirklich gerne zusammen chillst der hat eine playstation was macht der andere bastard kauft neue spiele die ganze zeit nein du missgeburt wir haben gar keinen bock auf dich mit deiner verfickten playstation aber die spiel ich gehe zu dem den ich eigentlich mag aber du hast geilere spiele leih mir aus und dann sagt er ich leih nicht aus du kommst zu mir spielen genau du kommst zu mir spielen und jetzt dreimal darfst du raten wer dieser bastard ist der dich zwingen mit ihm zu spielen bastard amerikaner nichts haben nichts wirtschaftlich was man gebrauchen kann das einzige was du brauchen sind die filme dazu müssen die nicht rüber kommen gibt uns einfach diese bastard filme und dann ab und zu hat das design produziert wird das in china entwickelt wird das in deutschland mit deutschen patenten und die bastarde nerven einfach nur mit ihrem stinkenden militär was die der einzige grund um die dieses bastard militär um die leute zu hoffen überall genau die mit denen wir spielen wollen das sind die da drüben mit diesen freshen pipelines die uns alles geben zu den billigsten preisen ohne ego wir können es produzieren und dann untereinander in europa verkaufen man muss einfach nur für jeden hier der sich die frage versucht zu stellen guckt euch handelsbilanz an handelsbilanz ist von jedem land wie viel von den waren exportieren die und in welche länder exportieren die die und dann ist der ganze europäische kontinent handelt die meiste zeit mit sich selbst und dann nach asien diese missgeboten da drüben sind kaum da drinnen das machen ist ihre dreckigen trüffelschweinhände herumzuschniffen durch die software firmen weil die ganzen digitalen da drüben das heißt die können kontrollieren aber auch jeden ab jeder der krass ist wird direkt drüber gepackt warte ich glaube leute wollen auch fragen können wir das machen so ein bisschen ja natürlich wenn du willst hatten wir das jetzt man ja die ganzen genau machen dann sagt dann macht dann und dann okay perfekt haben vielen vielen dank fürs zuhören sehr danke dir ich ja sehr sehr gerne wir müssen das häufiger machen 100 prozent ich wäre gerne dabei alter du musst ein twitch-kanal machen dann pushen wir uns hier ein bisschen immer gegenseitig ein bisschen talks machen und welche podcast du siehst ja hier das auf jeden fall twitch geeignet ja safe oder du bist doch da im tower alter im trump tower so was du kannst du einiges dann beenden wir das so viel spaß und danke bis nächste ich küss sein herz ich küss sein herz ich küss sein herz